Wie soll ich es euch sagen, wir sind gerade stuck beim schwersten Boss im kompletten Game, aber ich habe einen fucking Plan, Chad. Ich habe einen fucking Plan. Fünf Tries und der Typ liegt. Trust. Das ist nicht der schwerste? Ne, ne, der schwerste bis jetzt. Es soll wohl angeblich noch schwerer werden. Ich spiele auf der höchsten Difficulty. Und ich habe nichts gechanged, Chad Offline, okay? Wir spielen jetzt nicht auf einmal in der Story-Schwierigkeit oder sowas. Es ist nicht, dass wir gleich hingehen und ich irgendwie zwei Schläge mache und er ist tot oder so. Und ja, wir sind 379 Mal gestorben. Es ist passiert, was soll ich sagen? Wir werden heute wahrscheinlich die 500 knacken. Losing to a lightstick game. Äh, Mel, danke für den Sub. Nessa, Zasten, Steffen, Nichtweg. Vielen Dank für die Subs, Mädels. Kussi. Dankeschön. Hallo, heute ist der Tag. Hallo, ich habe meine Mentalität verloren. Was ist das? Denkt ihr, gegnerische Reiner hat gecheatet oder bin ich einfach scheiße? Bro, ich sage dir ehrlich, Valorant juckt mich so wenig. Ich werde nicht eine Sekunde meiner Zeit verschwenden, um zu checken, was dieser Screenshot bedeutet. Danke, Bro. Spiele ordentliches Spiel. Spiele Counter-Strike. Da weiß man wenigstens, dass man in jedem Game umgecheatet wird. Real Rap, Bro. Grow up. Holy shit. Aber wir müssen das lauter machen. Ich habe gestern Musik gehört. Digga, ich habe mir heute so ein paar Storys reingezogen von, ähm, von Julian Zietlow. Ich will diese ganze, diese ganze Thematik verstehen. Bro, da war, da war, da war, also ich habe so ein anderes Girl, habe ich mir auch angeguckt, die da mit so in der Bande irgendwie so mit drin ist. Und dann sind die auf so einen, da sind die auf so einen Roller aufgestiegen in Thailand. Und dann meinte er so, da machen wir jetzt einen Dreier, aber dann meinte ich so ein Loch. Eich, hee. Das ist so fucking clinch, man. Alright, Chat, ich sage euch so, wie es ist, wir legen den heute in, wirklich, wir machen kurz ein paar Tipps, Kollegen. Wir müssen im Grunde nur, ähm, Wir müssen im Grunde nur gut parieren. Oh, ist das Game zu laut? Oh, sorry, sorry, sorry. Sorry, my bad. Bro, es ist immer so laut. Wir spielen die ganze Zeit schon so. Das ist zu leise. In my opinion, aber wir können es lassen, wenn ihr wollt. No joke, ich glaube, das war Re-Rap gut so. Also, ob wir, ja, der Fight ist laut, aber halt, oh mein Gott, Bro, jetzt change ich dir shit einfach. Dann gehen wir für 40. Dann gehen wir für 40. All right. All right, dann machen wir mal die zweite, Freunde. Jetzt kommt der schwere Part in die Neuen. Und ich habe nur noch eins drin. All right, also der Plan ist im Grunde, dass wir parieren. Wir können aber auch tryen, wir können aber auch tryen in der zweiten Phase, einfach nur zu blocken. Ich weiß nicht, ob das auch vielleicht klappt. Wenn ich blocke, dann mache ich halt seine, äh, seine Verteidigungshaltung nicht weg. Aber die Hinweise ist kein Damage, you know. Das war eh ein Tester. Das war eh der Test-Try-Trap. All right. Okay, okay. Fuck, fuck the try, fuck the try, fuck the try. Real, fuck the try, fuck the try. Rot ist gleich wegrutschen, alle anderen blocken. Digga, ich spiele das Game seit 19 Stunden, Junge. Willst du mich verarschen, Bro? Oh. Hey, nice. Checken wir's. Guck mal her, Pussy is bitch. Oh mein Gott, er schlägt nicht, du ja. Oh mein Gott. Ist das Game so ein bisschen wie Elden Ring? Ja, schon. To be honest, ist es wirklich ein bisschen leichter, bis auf die Tüten hier. Ähm. Ja. Und man kann halt Schwierigkeiten einstellen. Bei Elden Ring oder sowas kann man halt Schwierigkeiten einstellen. I hope this is pretty the same, ja. Ja, der try ist ehrlich gesagt, der ist eigentlich auch schon gelaufen. Was mache ich bei dem Schwinger, wenn er den Schwinger macht? Alright, let's go. Fase 1 ist down. Oh nein, das ist over. Das ist over, das ist over, das ist over. Kann ich hier irgendwas machen? Das ist over. Bro, die zweite Phase ist so fucking tricky. Ja, ich hätte healen sollen zwischendurch. In den meisten Games ist es so, dass ein Ausweicher dir für ein paar Millisekunden einen Spawnschuss gibt. Äh, ja, ich weiß, aber... Also, Jungs, ihr wollt mir jetzt nicht die Mechanics erklären, ihr wollt nicht die Bagsie-Gamer sein. Ich weiß komplett, was ich hier machen muss. Es ist nur schwer auszuführen, all right? Trastis ist wirklich nicht easy. Das Ding ist, ich muss halt parieren. Und das Zeitfenster dafür ist sehr bewegend. Weil ich spiel auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad, Bro, und ich kann legit nur in letzter Sekunde den Parier-Button drücken. Und wenn ich das nicht schaffe, Bro, dann kriegt er mir halt direkt halbe Schaden, also halbe Leiste. Oder im Worst-Case sogar eine Dreiviertel, wenn er diese Ultra-Attacken hat. Ich schaue gerade aus meinem Bürofenster und sehe, wie so ein komischer Typ mit sich wird, denn zum 25. Mal meinen Chef angreift und stirbt. Soll dich die Polizei rufen? Okay. Gewonnen. Oder zum Beispiel jetzt bin ich der Meinung, ich hätte Safe-Pavir. Aber laut dem Game habe ich nicht. Ich kriege keine Ausdauer, kurz Aufdauer ausladen, äh, Aufladen. Okay, bis jetzt sehr, sehr guter Fight. Scheiße. Okay, wir brauchen wieder Ausdauer. Was? Ich habe doch mal wieder... Digger, das Game ist so scheiße, Mann. Ich habe eigentlich nur eine Y-Done gemacht, aber die kamen nicht. Okay, lass mal keinen Sinn. Scheiße, das war dumm. Die Verbrennung. Parieren ist so schwer. Okay, Re-Rap. Meint ihr, ich kann in der zweiten Phase auch ohne Parieren nur mit Blocken es machen? Weil ich versuche, Parieren zu lernen in der ersten Phase, weil es da halt noch nicht so bestraft wird. Äh, aber ich glaube nicht. Dann instant out of stamina, ja, I guess. Boah, das ist wirklich schwer, Mann. Mach doch auf safe. Ja, erste Phase schon, aber es geht um die zweite. Die zweite können wir nicht auf safe machen, Scherz. Weil in der zweiten Phase heilt er sich. Also zu, aber erste Phase fick ich deine Mutter jedes Mal. No-Jog, erste Phase kann ja nichts machen. Oh, was kommt hin? Oh, was kommt hin? Was? Ich hab doch irgendwie so gern gemacht, Bro. Macht keinen Sinn, Junge. Alright. Erste Phase ist down. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit statt. Jetzt müssen wir parieren, Alter. Wir nimm direkt den hier. Bro, es ist... Alter, es ist so schwer. Holy shit, es ist so schwer. Es ist ehrlich so schwer. Ich hoffe, dass wir ihn in der nächsten halben Stunde haben, Bro. Das wäre wirklich sehr satisfying. Wir können es mal mit dem Blaster-Schwert tryen. Ich weiß nicht, ob das eine Waffe ist. Ich weiß nicht, hat man mit unterschiedlichen Waffen unterschiedliche Zeitfenster für das Papier. Also hab ich zum Beispiel mit der Waffe hier vielleicht ein bisschen mehr Spielraum. Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, nein, nein, nein. Für real ist das nicht. Ich glaube für real nicht. Ist nicht Crossbody die Wave? Was heißt das? Oder sagst du einfach irgendwas, Hades? Boah, ich überlege, ob wir mal ein, zwei, sollen wir mal ein, zwei Tries machen mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Kreuzschwert? Mit ihm hier. Was für Mutterficken. Du verbrauchst in der ersten Phase schon die Hälfte von deinem Heal-Omega-Loot. Ja, gerade in dem Try, aber allgemein. Eigentlich ist es nicht so geil. Kannst du nicht von weit in den Blaster-Spam? Also es geht vor allem, wie gesagt, um die zweite Phase und in der zweiten Phase heilt er sich. Ich muss die ganze Zeit an ihm dann kleben. In der ersten auch, sonst ist er unpredictable. Moin, Shadow, dein Boss hier. Kein Grund zur Sorge, der Vogel kommt nur immer wieder, weil er nicht weiß, wie man pariert. Bro, shut the fuck up, Shadow. Ich weiß, wie man pariert. Alright, shut up. Es ist nur wirklich ein sehr tightes Fenster. Okay, ich glaube, wir bleiben. Ich glaube, wir bleiben bei dem Schwert mal für 1, 2 Trice. Oh mein Gott. Der, den finde ich schwer zu dodgen. Vielleicht muss ich bei dem weggehen. Hier verbrauche ich auf jeden Fall mal 1, 2 Trice, die wirklich, glaube ich, nicht notwendig wären. Ah, fuck man. Versuch ihn mal zu töten. Kracher. Komm, hat die seine Mutter gepickt? Komm, hat die's und schmerzen. Okay. Oh mein Gott Oh mein Gott, Digga Ja, das ist over Ich brauche in der zweiten Phase mehr Heal Digga, stand ich in meinem Gold Junge, ich bin in meinem Gold gespawnt, what the fuck Ich habe jetzt die, den einen hier, den ich noch extra hatte Hab ich die hier verbraucht Na top Dieses Parierfenster ist so small, Bro Das Ding ist halt, mit dem anderen Ding kann ich halt diese Blockattacke machen Diesen hier You know, diesen Und wenn er da reinschlägt, dann ist sozusagen instant pariert Das kostet halt Macht, aber Fuck, Mann Kannst du nicht Skillpunkte zurücksetzen und das T-Schwert-Skill Ja, Bro, aber das wird dann nicht stärker Oder so, ich kriege dann nur mehr Attacken mit dem Ich brauche nicht mehr Attacken Ich muss einfach nur Ich muss einfach nur die Attacken parieren Es ist No Jog so simpel wie das Ich muss einfach nur da reingehen und seine Attacken Im richtigen Moment parieren Mehr ist es nicht Ich muss nichts machen, außer seine Attacken zu parieren Aber ich muss sie halt auch parieren Das ist das Problem Ich darf nur nicht nur blocken Weil blocken kann ich einfach durchdrücken Und parieren Ich muss im richtigen Moment, wenn er angreift Wenn der Schlag mich trifft Also jetzt zum Beispiel Weil jetzt muss ich drücken Und das ist in der Schwierigkeit, die ich spiele, super stark Also ihr seht, wenn da von seiner Leistung was runtergeht Dann halt ich es Jetzt habe ich es gehettet Jetzt nicht Genau Ich habe den Basically nur mit Dodgen gemacht Ja, aber der heilt sich Also versucht VLT mal zu parieren Was, Digga? Holy Shit, da habe ich einen Tipp Gibt es keinen Perfect Block? Naja, ist das nicht parieren? Also Perfect Block im Sinne von Im richtigen Moment blocken Das ist doch parieren, ich bin dumm Probieren wir LB mit X Okay Dann hat der Kollege mir mal wieder den Rücken eingeränkt Auf Chillung Was mache ich bei dem Schwinger, Bro? Der waste sich so viel Würdet ihr da nach hinten rausgehen? Was ist da der Play? Oder halt im richtigen Moment dodgen Das geht auch Aber das ist schwer zu teilen Du bist ein Krieger Man ist ein Hohensohn So, was jetzt? Fahrt man die Attacke, Bro? Nein, oh mein Gott Oh mein Gott Dann machen wir es mal Einfach nur dodgen Es ist so simpel Nein, nicht dodgen ZJ0PO ZJ0PO jest wieder full live re ist wieder full live, Bro Ich glaube, ich schaff den nicht. Junge, das ist so schwer auf dem Level. Holy shit. Das ist so unverhältnismäßig zu dem kompletten Rest vom Game. Holy fucking shit. Alter, ich habe mich noch nie bei einem Boss so machtlos gefühlt wie bei dem, Junge. Digga, diese zweite Phase ist so fucking schwer, Bro. 12 Stunden vergangen und du hast es immer noch nicht geschafft. Bro, ich war nicht die ganze Nacht wach und habe das gemacht. What the fuck. Alter, wer ist er? Holy shit. Banger. Ey, ist es dieses neue Schwert? Ich weiß nicht, man. Ich glaube, das ist schwer, das ist ehrlich egal. Ich muss einfach nur planieren. Boah, ich hasse mir das passiert. Ey, ich versuche in der ersten Phase jetzt auch schon zu parieren einfach, oder? Um es zu lernen. Das ist der Play, oder? Boah, ey, der Boss ist so schön. Der ist Fähigkeiten, Punkte zurück und Skill, Großschwert, Trust. Nee, Mann. Man, Junge, einfach nicht hinten lassen. Ach, einfach nicht. Die Leute schreiben einfach nicht hinten lassen, Digga. Mal einfach die Fresse halten. Bro, was ist das für ein Call, Mann. Mann. Die sind so schwer zu flicken, timing wise. Ich sag euch wie es ist, wenn ich die Schwierigkeit auf leicht mache oder auf mittel oder eine Ruhe unter, ich hab das First Tribe. Auf ne anderen Schwierigkeit ist der sooo einfach Bro, weil man legit nur parieren muss und dann ist dieses Fenster viel größer. Oh mein Gott, oh mein Gott, unnötiger Damage. Ey man, die Dinger kommen auch, oh mein Gott, Digga, er macht einmal die Raketen in dem Moment, wo ich denke, ich werf die Scheiße, die ist scheiß Laserschwer, Bro. Ich werf das Laserschwer nie wieder. Ich werf das Laserschwer nie wieder, Bro. Du musst wie in Sekiro. Das Ding ist, man kann halt nicht R1 spammen, leider. Ich kann nicht das machen, um zu parieren, genau. Ich muss es wirklich gut teilen. Hm. Bleiben wir bei dem Schwert oder switchen wir zurück zu dem hier. Der hier hat halt den und der ist halt krass. Wenn er mich damit hittet, bei dem ich in diesem Zustand bin, dann ist es so, als er dich pariert und kann ihm direkt erstmal ein paar Hits machen. Okay. Ich glaube, wir bleiben beim Doppel. Speedhan's just da, was jetzt ist. Aber ja, reset, reset, reset. Puh. Guck mal in den Barriereeinstellungen, vielleicht ist was dabei. Digga. Das Ding ist wirklich so frisch. Oh, ich wusste, dass wir heute hier mit anfangen. Oh, das war so pang, gestern Abend die Entscheidung zu treffen. Aber gestern Abend war auch die Konstellation weg, Mann. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Ich habe auch wieder pariert, Chad. Nochmal. Okay, ich weiß nicht, bei dem Tritt kommt irgendwie diese Attacke nicht durch. Oh, das hat zwei. Hey, mancher macht ja diese Y nicht, ich schwöre, das ist so dumm. Okay, das ist geil, aber wenn es kommt, ist es mega OP. Oh mein Gott, ich paradiere wie ein Nutten-Dengel. Ja, das wird wieder nichts, Digga, das ist ein Übungs-Try. Oh mein Gott, wird es nochmal eine andere Attacke machen? Nice. Ah, der Run ist over, man. Der ist geblowt, Bruder. Der ist so durch. Ich gebe keine Michiel in die zweite Phase. Ja, moin. Junge, was geht denn da oben ab am Death-Counter? What the fuck? Revan! Ich würde dir sagen, Daniel, der wäre Kanzel. Aber Kanzel, durch die Action, die Leute wäre das. Lasse nichts von dir aus. Ich lasse deine Jedi-Stirme. Jetzt muss ich gut parieren, sonst ist es over. Boah, das war auf jeden Fall der beste Try bis jetzt. Chat, damit ihr kurz versteht, für die Leute, die schreiben so gierig, okay? Ist HD ein fucking stupid-Pay. Der Typ... Der Typ regeneriert HP, wenn ich weit weggehe. Ich muss greedy sein. Es ist der einzige Way, diesen Boss zu killen. Trust me, es geht nicht anders. Das war ein sehr, sehr guter Try. Ich muss einfach im richtigen Moment die Parrys hängen, sonst ist es over. Sonst fighte ich den Typen fünf Stunden lang. Und dann irgendwann geht man hier jetzt aus. Ich muss an ihm dran kleben. Das war wirklich ein guter Try. Wir müssen einfach gucken, dass wir im ersten Teil einfach nicht so viel HP verlieren. Hier lieber Safe spielen. Ja, perfekt. Jetzt vielleicht pariere ich im ersten Teil auch gar nicht, sondern blocken nur. Auch so ultra safe. Das war ein Pussy. Oh mein Gott, wie ich das hasse. Okay, warte mal. Ich muss jetzt safe machen. Weil wenn wir mit vier Stims in die zweite gehen würden, das wäre echt schon nicht bad. Okay. Oh mein Gott, es hat nicht geht es zum Glück. Okay, ich glaube, wir haben es. Oh mein Gott. Er gibt mir noch mal einen Schlag vor Phase 2. Er gibt mir noch mal die volle Breitseite, Junge. Shit, ihr könnt nicht den Boss anfeuern. Was geht denn jetzt ab? Bumms, gewiss da. Must and Trust. Arrow. Kuss, kuss. Bum, der Mann. Du springst auch wirklich noch in die roten Attacken rein. Digga, das ist manchmal echt schwer zu predikten, Mann. Das ist manchmal leider echt schwer zu predikten. Aber wirklich Sinn. I believe. Ich glaube, deine Mutter ist verwirrt. Hat mal den Maul. Ich glaube, deine Mutter ist verwirrt. Ah, ich habe Parieren gedrückt. Ach so, warte mal. Ich habe gerade Parieren gedrückt. Brauche ich für Parieren Ausdauer? Ich habe Parieren gedrückt, aber ich hatte keine Ausdauer. Habe ich gerade gesehen. Aber ich weiß nicht, ob Parieren eigentlich die Ausdauer kostet. Ich glaube, Parieren kostet keine Ausdauer. Aber nur Blocken kostet Ausdauer, oder? All right. Hey, chat. Lass mal. Das ist unreadable, dann, der chat. Wirklich. Lumpy. Das ist ein Reset, Reset, Reset. Man to reset, Man to reset. Gibt es eigentlich einen Perfekt-Dodge bei den roten Angriffen? Meinst du, wie so in Dark Souls oder so, dass man quasi im richtigen Moment dodged und dann unbesiegbar ist? Ich glaube, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Ich dodge manchmal genau so rot Attacken. Kann man Schwierigkeiten ändern? Ja, ich könnte es auf Light-Jits machen, aber es ist Pussy-Shit. No joke, dann breche ich es lieber ab. Ja. Oh fuck, das war normal. Boah, ich überlege, ob ich so einen Try einfach direkt reset. Ja, 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 aber das ist viel zu verdammt. Bro, das ist viel zu verdammt für die erste Phase. Oh mein Gott, Alter, wirklich. Diese Schwing-Attacke, diese rote, ist so schwer für die Dotsche. Oh scheiße, das war zu greeny. Oh scheiße, das war zu greeny. All right, all right, all right, all right. Naja, lass nicht Sub-Mod gehen, aber rafft euch mal. Oh mein Gott. Ey Bro, ich bin noch nach hinten gedodged und muss ein Kind, Alter. Oh mein fucking Gott. Oh mein Gott, er macht jetzt im Moment noch den roten. Ey, Mann. Ah, du hast meine Kühen. Ah, Digger, diese zweite Phase ist so tough, what the fuck. Was wäre so krass, wenn wir jetzt so sieben Heals in die zweite gehen. Auf der anderen Seite bringt es, also meistens sterbe ich auch gar nicht. Also ich habe das Gefühl, immer wenn ich sterbe in der zweiten habe ich noch Heals übrig. Checkt ihr, was ich meine? Also ich muss die einfach auch besser spielen allgemein, aber oh fuck, Mann. Versucht die Raketen zu ihm zu lenken, die machen in der zweiten Phase richtig Damage. Ja, aber die, die auf dem Boden die Kreise machen, die kann ich nicht, die kann ich nicht, äh, you know, die kann ich nicht zurückschicken, das geht nicht. Die anderen, ja, aber das ist voll schwer zu wissen, wann die sind, finde ich. Ich versuche mal auf richtig Safety, diesmal keinen Schaden hier zu nehmen. Okay, sick. Ich mache hier einfach am Anfang immer nur einen Schlag, zack und dann weg. Außer bei der Kombo, die ist easy. Ich mache den Schwingel über oben. Easy. Dicke, mach doch die. So ein Jedi, wirklich. Dicke, er macht lieber fünf Schläge noch an, statt die Y, Junge. Ich drücke seit vier Minuten Y, du kleiner Nuttenruhen, Alter. Sorry. Ich glaube, er will die Schwierigkeit nicht runterstellen, weil er es offline bereits getan hat und trotzdem noch Stuck ist, Lule. Shut up, ich habe offline nichts umgestellt, Bro. Mit einem Spammer hättest du den schon selbst gewohlt, Papa. Vega, for real. Ne, den Schwinger, der mir halbe HP-Leiste gezogen hat, den habe ich nicht gespürt. Danke für die Position. Dicke, ich habe Y gedrückt, Alter. Oh mein Gott, er macht... Oh mein Gott! Wir machen die Haare aus dem Gesicht. Also am schwierigsten finde ich eigentlich... Die erste Phase ist relativ simpel. Aber das Schwierigste da ist, dieser Dreher zu dodgen. Und das Schwierigste da ist, dieser Dreher zu dodgen. Jonathan, wenn du heute destruktorierst spitzst, wann machst du den Rest? Lule? Länger. Ach man, Junge, ich kenne die Attacke. Das ist so belastend, wenn man eigentlich weiß, was man machen muss, wenn man es trotzdem vertreibt. Oh, das ist gut. Gleich mich an, Vati. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also die kann ich auf jeden Fall nicht durchschütteln. Oh Mann, ich denke, ich bin bei derselben Attacke wieder. Greif mich an, bitte. Okay, jetzt müssen wir kurz, wir müssen Stamina regen. So, jetzt macht er die Schwinge auf Range, er oder die. Ah, ich glaube, die kann ich zurück. Und jetzt kommt der Kick. Ja, easy, gedodged, nice. Hältst du das durch? Weiß ich nicht, jetzt musst du das durchpusten. Aber ich brauche hier noch ein paar Stunden, Dinger. Nicht, dass du in Altersschwege stirbst. Okay, zweite Phase mit sechs Stimms, das ist übel gut. Und den Dinger hier, den haben wir auch noch. Oh mein Gott. Und er macht direkt den. Und ich habe keine Macht mehr. Boah, ich weiß nicht, ob ich ihn hier nehmen sollte. Oh fuck, jetzt sind wir hier, jetzt sind wir hier. Ich freue mich drauf, wenn wir dann endlich mal aus dem Zutorial im Zutorial spielen kommen. Joa, er hielt so viel, holy shit. Ich weiß nicht, ist das deine Huhn so in Stärke? Hört der Maul. Oh mein Gott, bro, ich habe... Oh, ich habe... Egal, okay, wir haben Heal. Wir müssen schon überleben, das. Hilfe, bitte. Okay, am Ende war ich ein bisschen zu greedy, ansonsten ein sehr guter Trial. Okay, ich glaube, wenn ich die Y-Kombo hätte, also dieses, wo er dieses Schwert so hält, you know, und er dann mich angreift und ich dann ihn aus seiner... Ich mache dann in der ersten Phase mache ich Schlag, 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 Schlag. Ich glaube aber, in der zweiten Phase wäre es vielleicht smarter, nur Schlag, Schlag zu machen und nicht noch den vierten, you know. Auf der anderen Seite, das ist die einzige Möglichkeit, um wirklich Big Damage zu machen da, ohne dass ich super viel Schaden nehme, weil das Parieren ist zehnmal schwerer, als diese Y-Kombo zu drücken. Und vielleicht soll ich es nutzen, weil ich habe nicht unendlich Macht, ich kann nicht die ganze Zeit Macht nutzen, you know. Also, eigentlich muss ich die nutzen. Let me solo him, Digga. L3, R3 in Phase 2, Bro. Mann, das macht wirklich nicht so viel. Boah, da hat das einen Schlag. Ich kann einen Schlag machen mit der Ulti. Ich glaube, Kai macht dir die Tröte jetzt wieder sehr laut. Wir haben es geschafft, 400 Deathcodes. Ey. Versuch nicht zweimal zu dodgen mit Doppel B, sondern einmal B, dann springen und in der Luft nochmal B, dann kommst weiter Weg und bleibst nicht so lange auf einer Stelle. Ja, aber es ist nicht, wie gesagt, dodgen ist hier nicht das, was man machen soll. Muss denn immer alles entkampft und klärt werden, hast du jetzt schon mit Reden vorgesehen. Und die Attacke, Bro, die Attacke, die Stott, ich die Attacke. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das gleiche zu tun und andere Ergebnisse. Das ist aber halbwertig. Wirklich, mit diesem Zitat habe ich schon 1000 Euro verdient. Dicke, was hat er für eine lange Keule, dass die Range hatte. Hier, geh, laden Sie. Ich will hier kurz Stamina aufbauen. Oh mein Gott. Ich sollte mir vielleicht die komplette, den kompletten Machtbalken aufheben für die zweite Phase. Und die nicht in den ersten Blond. Oh komm. Ah, das ist auch nicht. Weil hier haltet er noch nicht. Was, Dicke? Okay, sorry, Sniper auf einmal. Ja, geil, er hat mich in den Heal reingetreten. Cool, jetzt ist der weg. Komm, hol das, lass du es auf. Wer jetzt schon Sorgen um Phase 2 macht, weiß er bestimmt noch nicht, dass es auch eine Phase 3 gibt, Ule. Okay. Let's cap. Die Junge hat es auch mich da reingesprungen. Ach, Dicke, deine Mutter ist reingesprungen, wirklich. Okay. Ja, der Child, da müssen wir uns ruhig nichts ausmachen, Freunde, der wird nichts. Ja, greif an, Pussy. Ja, er verbaut meine komplette Macht, Dicke. Weird champ, Alter. Ich drück auf, fucking anvisieren. Hurensohn Jedi dreht sich 90 Grad zur Seite, Bro. Ist das Game so schwer wie Elden Ring? An sich ist es pretty simple, wirklich. Sehr, sehr leichtes Game im Vergleich zu Elden Ring oder sowas. Aber, äh, der Gegner ist insane hard. No joke, der ist insane. Der, der ist tough. Aber ich weiß, dass ich es schaffen kann. Ich schaffe es. Ich schaffe es in 100%. Was ich gut finde an dem hier, an dem Game, hier gibt es eine Reihenfolge, wo man kann nicht irgendwie irgendwas skillen, so für Damage oder so. Das heißt, es schreibt nicht die ganze Zeit jemand rein, du bist noch zu underlevelt. Du bist, du musst mehr leveln, you know. Die Nachricht muss ich hier zum Glück nicht lesen, Bro. Ich glaube, danke für den Zapp, Barrio, Tristan, Julian. Wir schaffen den, Chef. Wir schaffen den. Wir können das aber real top mehr Stims haben. Ja, wahrscheinlich schon, aber achten ist jetzt ohnehin zwei Stunden an dieser Stelle fest. Äh, ich weiß nicht, wie lange ich heute schon spiele, aber gestern eine Dreiviertelstunde und das halt heute. Ich weiß nicht, wie lange ich den Tricolai sehr gut fange. Und wir müssen uns gleich mal überlegen, was ich heute Frühstück jetzt stelle. Ich habe bis jetzt nur ein Joghurt gegessen. Gehen wir lang ran. Oh mein Gott. Ja, ja. Besser ist es. Gestern waren 1,5 Stunden. Nee, wir haben... Ah doch, doch. Ja, actually war eineinhalb Stunden, ja. Ja, wir sind seit zweieinhalb Stunden stuck bei dem hier. Insgesamt. Mit gestern. Aber wir schaffen den. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich weiß, wie ich es mache. Das Parierfenster ist nur so unfassbar klein. Ich hänge bei ihm schon mindestens genauso lange. Ja, macht ja nichts, ne. Ach, Digger, ich war out of range, Mann. Ich bin mir sogar aus. Ach, Digger. Ich bin nicht auf. Aus. Aus. Ein Attendier. ich war vier tage weg habe all meine schwestern geschwängert und du bist immer noch an der der wüste datant lulä lulä ok wir müssen kurz stem aufbauen das ist die beste wenn er die macht ist die ist auch das ist die ungeilte die dort ist fast niemand Junge ich habe Y gemacht, die dummes Huren nehmen durch diese attacke mein 57 jähriger vater hat den boss verstreicht hallo Papa Lotte deine großkinder möchte ich wieder einmal sehen hast du zufällig zeigst du hast du noch einen boss oh mein gott bro stirb einfach holy shit ok wir nehmen jetzt ein stimmen wir haben jetzt zweimal volle macht das ist ziemlich gut aber wir haben wenig stimmen ist aber egal oh mein gott digga ich hasse das wenn er am ende nochmal die rote macht dann oh mein gott digga lass dir doch noch mehr zeit oh mein gott digga aus oh mein gott digga oh mein gott digga Oh, nein, 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 nein. Ach, Y. Treff an. Okay, dir geht ein Stim. Danke. Oh mein Gott. Oh, let's go. Treff an, Pussy. Oh mein Gott. Oh, Digga, das Timing ist so schwer. Ja, it's over. Boah, ey, Junge, ihr versteht das wirklich nicht. Ich glaube, das ist so schwer zu verstehen als Zuschauer. Boah, es ist so schwer. Aber es war ein richtig guter Try. Der Try war richtig gut. Aber ich weiß wirklich nicht, wie ich es besser machen soll als das, Alter. Wie soll ich, also was soll ich besser machen? Also, obvious, ja, besser parieren. Aber so, das ist nearly impossible, die Dinger perfekt zu parieren. Das fühlt sich an, als wäre das so ein 50 Millisekunden Zeitfenster, was ich hitten muss. Und dann aber nicht einmal, sondern so fünfmal hintereinander, Bro. Oh. Ja, mit dem Parierschwert haben wir es schon getriet. Ich habe ehrlich das Gefühl, dass das hier besser ist, mit dem Schwert. Weil da haben wir diese Y-Attacke. Und ich muss dann einfach nur, er muss einfach nur mit einer nicht roten Attacke in meinen Y reinschlagen. Und dann kann ich ihm vier Hits geben for free. Ist mega broken, you know? Endlich Tutorial Endboss erreicht. Oh Mann, ey, den Gag habe ich erst schon zehnmal gehört. Okay, wir bestellen erstmal ganz kurz was Nices zum Frühstück. Ich überlege gerade, was ist die Wave für heute, Chad? Gehen wir für so was Frühstückmäßiges oder gehen wir für so eher was, you know, Mittagmäßiges? Guck mal. Ist immer ein Gamble, wer gerade liefert in Köln. Ich könnte mir so was wie Shaksuka bestellen, das ist geil. Das ist so ein Mittelding. Machen wir das. Gehen wir für einen Smoothie, auf den ich komplett allergisch bin? Oder lassen wir es? Ah ne, aber meinten haben die gar nicht. Die haben nur Milchshake und Eiskaffee. Warte mal, ich bestelle noch was für nachher. Ich glaube, ein Essen zu bestellen ist ein bisschen dumm. Boah, French Toast, Digga, let's go. Alright, let's go. Deine Großkinder möchten dich mal wieder sehen, hast du zufällig Zeit? Oder hängst du immer noch am Boss, Digga? Mein 57 jähriger Vater hat den Boss First Try gemacht. Ja, weißt du auch warum Alpenbrot? Weil dein Vater auf dem Pussy-Ass-Story-Mode spielt. Ich glaube, wir hören noch zwei Tage, das ist ein guter 3, war 4 wert. Toast bestellen? Jungs, es ist French Toast. Was für Toast? Okay, wir resetten. Ne, doch. Machen wir mal hier. Stell mal auf einfach um, um zu schauen, wie einfach das Spiel ist. Ja, aber das Ding ist, ich kann ihn nicht dann resetten, weißt du? Ich troll noch den ganzen Nachmittag für Content. Wenn ich ihn jetzt auf einfach mache, schaffe ich ihn First Try. For real. Ich glaube, ich könnte sogar eine Schwierigkeit runter machen und würde ihn First Tryen. Aber ist lame, you know? Mach doch, Bro, man, das ist so cringe. Wir bleiben so. Nein, 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 nein. Das machen nur Versager, Bro. Ich habe kurz drüber nachgedacht, ob es okay ist, aber das ist nicht okay. Ich habe ja noch einen Pk. Dann, du bist kurz vor. Du bist schnell! Du bist schnell! Du bist schnell! Du bist schnell! Pengst du das durch! Rot 2 1 mm. Nämlich so! Ich habe das in die Gänse. Diese Brennung mehr! Ich habe auch Warten. der erste der mensch das wird nicht ausreichen zeig mir deine Kraft oh Gott oh Gott okay jetzt kurz chillig runter zocken all right das ist ne gute nicht perfekt aber es ist ne gut okay wir gehen erstmal fuller ja die 15k def und so oh Digga diese eine verzögerte Hurenknecht treff an bitte oh mein Gott der macht's nicht oh ein Stasch nach hinten oh ein Stasch nach hinten moin leute was geht heute gibt es Big Content unter anderem geht's heute in den Rives Boss Fight der alte Goof Lord wird nen langer Stream Olds gerne zurücklehnen und mitfibbern so jetzt mit einer Schwierigkeit weniger man Bro das wäre das ist so unzählig wenn wir das jetzt mit einer Schwierigkeit weniger schwer machen Bro das Nojo ich verfick den first try Bro wie wer ist alle 100 Toten im kleines GWW das ist das ist wie skippen Bro das ist das ist so als würde ich jetzt irgendwie nen Bug abuse oder so das ist ich weiß nicht man das fühlt sich nicht richtig an wie findet ihr den Schatten von meinem Charakter gerade? würdet ihr sagen der ist sehr akkurat oder aber ne das nicht doch gerne das ist gut du reicher kopf ja guck mal ich kann ihn mit der Macht richtig viel von seiner Macht Bar abziehen ich weiß nicht wie ich das nutzen kann okay okay ich kann ihn so low machen dass ich dann einen free hit bekomme I guess wenn ihr wollt kann ich mal auf einer leichter machen und ihn kurz bevor ich ihn killen würde sterben dann seht ihr mal wie fucking einfach es ist du kennst jetzt seine Kacken wenn du noch ernst wie du fallen willst 100 blocken dann kannst du ihn sehr schnell killen da du mit jedem gegenangriff mehr der mg machen wirst als nur mit blocken ich bin auch immer perfekt geteilt let's go ja gut ich kann Oh mein Gott, no way. Ich habe einen Beton. Ich habe einen Beton. nach bitte oh mein gott nein oh mein gott ich hab gewloat du hast im kodex was geht ab chat hatte heute wieder eine richtig vergufte toilettensitzung und habe komplett goofy eine goofwurst produziert jetzt habe ich aber genug energie um den goof lord goofy boss zu besiegen und content zu kreieren auf goofy bist du immer noch bei dem boss habe gestern schon drei stunden zugeschaut wie du daran scheiterst lule meine ult hätte ich jugsen können aber ich sehe die nicht als so super useful es ist einfach nur die ult ist einfach nur ein free hit aber ja lieber nutze als ich nutze schon du parierst nicht du blockst nur ich weiß aber es passt schon so ist schon gut wie ich es mache also ich versuche ihn zu parieren wenn es sein muss aber es ist echt ein trick das wird nicht ausreichend oh ich habe jetzt mittlerweile alles da wo es teile durch uns du bist immer noch bei den ich habe jetzt schon mal ein paar die 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 ich die ihre die 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 das die die j die der die Naja wie kann man wie so nuken so lachen Hier machen wir Pause Ich zieh euch keine 4 Halter Ich zieh euch keine 4 Halter Okay, jetzt muss ich in den Großen rein, jetzt in den Großen rein. Okay, damage to him, nice. Ah, der Tries over. Ah, ich hab ein bisschen. Boah, ich zeig euch mal, ich zeig euch mal, zieht euch mal rein, wie insane einfach es wäre. Zwei Stufen runter, ja, es gibt immer noch zwei weitere Stufen, Jedi-Ritter. Digga, zieht euch rein, wie viel einfacher es jetzt ist. Ich werd den First Giant. Ich mach kurz vorher, lass ihn nicht sterben, aber das ist jetzt checkt. Er landet die Damage, zieht euch die Damage rein, von ihm. Wie, beides pariert, easy. Oh, es ist so simpel, what the fuck. Ich glaub, ich kann's blind machen. Pariert, 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 boom. Ist so einfach zu parieren, dann. Nein, das ist nicht geblockt, das ist pariert. Wenn er seine Leiste verliert, dann block ich. Okay, jetzt hab ich ihn pariert, ja, pariert. Pariert. Blocken ist, wenn er die nicht verliert. Also, wenn ich einfach so drücke, zack, und er geht an, das ist blocken. Ich streng mich nicht mal an, Chat, ich lese nebenbei Chat gerade. Das ist so simpel, for real. Du bist nur ein Sohn, so immer sehr viel. Du bist nur ein Sohn, so immer sehr viel. Guck mal, alle parieren. Das ist for real simple dann. Okay, gut. Da kann man nichts machen. Guck mal, die Damage, vergleich mal die Damage. Bro, das hätte mir drei Viertel Leben gezogen aufs Schwierigste. Bro, das ist so insane. Ich konzentriere mich for real wirklich wenig gerade. Was? Hier, Jakob ey. Was? Ich hab'r wirst du denn mal? Oh mein Gott, wirklich diese Rot-Attacke am Ende. Hier ist die Tilden. Boah, ich verstehe aber nicht, er macht manchmal diese Y, macht der für real nicht, ne? Ich drücke die Y, die kommt dann nicht. Okay, jetzt kam sie. Aber manchmal, das braucht super lange, bis die kommt anscheinend. Ja, ich würde ihn jetzt schaffen. Ich finische ihn jetzt nicht. So, zack, ich mach das jetzt nicht, aber das wird schieben. Danke für den Beweis, dass du einfach zu Arsch bist für den höchsten Schwierigkeitsgrad, Lule. Boah, der ist auch wirklich schlicht, Mann. Hält du lange Dur. Okay, jetzt machen wir's. Okay, Shadow, du kannst jetzt die Polizei rufen. Unser Unternehmen toleriert keine Leute, die die Schwierigkeit runterstellen. Eine absolute Frechheit dieser Kerl. Liebe Grüße, dein Chef Smilow. Nein, 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 das war nur Demonstration. Nein, das war nur Demonstration. Ist also eine Skill-Diff, sagst du. Ja, das ist verständlich. Fuck. Was sonst? Das ist ein Instant-Reset. In welchen Schwierigkeiten gerade hat Reapers gespielt? Ich denke mal, auch dem Schwierigsten, oder? Das ist doch so ein Reapers-Ding. Ah, Reapers ist ehrlich gut, Mann. Reapers ist ehrlich gut in solchen Games. Aber das Ding ist halt, der spielt halt auch legit immer nur so Stuff. Und der spielt es dann auch immer so 500 Stunden, Bro. Ich denke, der hat so 50 Stunden in dem Game gehabt. Aber ist geil, ist geil. Alright. Okay, ich weiß nicht wie, aber ich habe die Attacke trotzdem gedocht. Ich glaube, Bro. Ich bin mein Bestes. Mann, Junge, kannst du bitte nicht in meinem Heal fighten? Ich habe Angst, dass ich den nehme. Die Attacke ist so ein Larry-Schritt. Vollidiotiker, der hat sich einfach selber getroffen. Das ist ein Sub-Tum oder so. Okay. Alright, let's go. Treff an, bitte. Treff an. Oh, ich kann die Ulti zünden, hallo. Die Ulti kommt nicht, fuck. War ein guter 3. Fürs nächste Mal würde ich empfehlen, den Boss zu töten. Brauchst du, um im Game weiterzukommen. Treff an BD, dass er so ein Goofy-Jedi abbekommen hat. Bro, der BD ist selber Ultra-Goofy, okay? Der braucht immer 10 Minuten, um mir den Stim rüberzugreifen, Bro. Und das ist das Einzige, was er kann. Das Andere, was er kann, ist diese Cam-Gun hier. Na, geil, Digga. Danke, BD, du bist der Beste. Am Ende sagst du bestimmt, du hättest die Schwierigkeit nicht geändert. Ich hab die Schwierigkeit nicht geändert, what the fuck. Ich hab die Schwierigkeit nicht geändert. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Hier ist ja immer noch bei dem Boss kleines O, großes O. Digga, halt mal die Fresse, Alter. Du benutzt seit 2005 noch dieselben Chat-Snipe. Oh, mein Gott. Rick, Digga, was ist ab? Crick, Liddick, Skor, Nia, Mero, Digga. Wow, all right, come on. Bitter, Bro. Junge, diese Atacke, die ich sie hasse. Junge, Jumbo-Keule, Alter. Na, das wusste ich, dass er das macht, scheiße. Oh, mein Gott. Hey, er fuckt so ab. Hey, Rerap, den Schein soll ich resetten. Oder mach ich den für Übungszwecke? I don't know. Na, darf ich machen für Übungszwecke? Komm, man. Oh, mein Gott. Das gilt nicht. Auf jeden Fall. Der Typ ist schwer als Fuck, man. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, Digga, diese rote Atacke. Du weißt, du möchtest so viele Tote wie möglich sammeln. Trotzdem 20 so viel, wenn du den Posten nächsten Teil schaffst. Fahr, 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 fahr. So, jetzt sterb ich. So, ich gucke mal auf seiner Atten oben. Okay, wenn ich dann in dem Moment die Attacke hätte, dann geht's einigermaßen. Ich weiß nicht, man. Er resp- also, wie sagen wir das? Er heilt sehr viel. Okay, er heilt wirklich insane. So, herzlichen Glückwunsch, ich glaube, ich actually mit dem Aus-TV qualifiziert zu dem entspannten 24-Stunden-Timeout, Jungs. Herzlichen Glückwunsch. All right. Oh, ich hasse, dass wir Leute das random machen. Das ist so dumm. Andere Schwierigkeiten halt er nicht, ich weiß. Dann No-Job, wenn ich ihn nicht heilen würde, wird jetzt so simpel. Das wäre alles, was ich brauche. Dann könnte ich ihn gechillt machen, aber so muss ganz der Kamm sein. Oh, mein Gott. Hör auf zu tilten. Ah, No-Job, ich bin Sebi-tilt. Also, ob wir jetzt ein bisschen angefrustet, aber es geht noch. Es ist absolut noch im Rahmen, Chat. Aber ey, das Jump'n'Run-der-Four hat es echt gut, Bro. Das Jump'n'Run-der-Four nail ich. Holy Shit. Ich wusste, dass ich mich heute hier drauf einstelle. Ich wusste, dass das hier salzig wird. Aber scheiße, das hilft ja nichts. Oh, er braucht mancher so fucking lange, um Y-zulons zu machen. Nee, nee, ich war nicht drin, halt dein Maul. Mach' mal was cooles. Boah, er macht ne Rote, Bro. Braucht für den Boss einfach länger, als für die gesamte Historie des Deggis. Ja, man, für real. Ja, ich war nicht drin, aber ich war nicht dran. Ich bin so weit, dass ich mich heute hier drauf... Ich kann deine Stärke, Jedi... Sonst du das nur nicht. Warst du, 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 du. Oh mein Gott, ich habe nur die Schärme, meine Männer. oh mein gott oh mein gott ich habe keine macht für die attacke oh mein gott das gibt es nicht oh mein gott er war so gut oh mein gott um sein heilen zu counten als pistol stands op soll ich einmal aber noch mal habe ich überlege auch ob ich den blaster noch mal try einfach so ein zwei pistol dinge reindrücken aber ich habe dann die ich könnte jetzt direkt zu ihnen hat helle ich als geschäftsführer muss ihnen bereits seit 20 stunden zeigen wo der frosch die locken hat ich habe auch andere pflichten ich kann nicht mehr ich will nach haus ich habe hunger und muss pfee machen der boss ist den ganzen tag noch hier wenn ich will 3 sein das ist sein job okay ich will macht er aufgeladene macht machen die schläge damage ja ja muss ja hier drüben hörst du mir mal wei seh ich habe Morda Wellen braun tief ich bin einfach in Firmzappels braun ich denke ich habe bei euch alle für die mannen Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Du hast den Codex... Weißt du, was das Schlechteste dann im Game ist? Die haben Voicelines gemacht für die Charaktere, wenn man stirbt. Aber 99% der Zeit werden die abgeschnitten, weil dann das Respawn-Ding kommt. Das ist so bad. Der sagt sowas wie, oh my god, du Versager. Aber Bro, er sagt nur, oh my god, du Ver... Cut! Das ist so shit. Habe ich mir bei meinem Playthrough auch gedacht. Richtig low. Ja, vor allem... Weißt du, wenn das jetzt halt ein normaler Satz von ihm wäre? Okay, I guess. Aber das ist der Satz, den er sagt, wenn man stirbt, Bro. Es ist intended, dass man ihn hört, wenn man stirbt. Und das ist nicht nur bei dem Boss so, das ist bei allen so, Bro. Deutsches Synchro? Ja, okay, okay. Kann sein, dass der im Englischen dann vielleicht schneller redet, aber wie low einfach. Anstatt man einfach diese Stimme noch auslaufen lässt. Das hätte man doch programmiert können. Wisst ihr, dass die nicht abgekattet wird? Bro, das ist so bad. For real. Nein, im Englischen ist es genauso trust. Okay, das ist ass. Ja, bei 20, 30 Toten kann man das aber auch mal überhören, aber bei 400... Was? Was meinst du, Rebo? Ich check's grad nicht. Wollten die so? Muss, muss. Ich hab das Gefühl, mein Damage Output mit der Piste, mit dem Blaster-Ding hier ist insane. Ich hab das Gefühl, ich mach so viel mehr Schaden, Bro. Kannst du mal seine Kombo machen? Holy Shit. Lass wir mal seine Kombo machen. Ah, ihr Jedi wisst wirklich wie man kastet. Ich will mehr! Mehr, cunt! Oh, fuck! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Nein, ich bin reingedasht! PD gewinnst du, du kleiner Nuppenmengel! Komm, langsamer! Jetzt geh ich ran! Ich bin reingedasht! Ich bin reingedasht! Ich bin reingedasht! Du bist ein wahrer Krieger! Oh, fuck! Ich bin reingedasht! Oh, das war's! Oh, mein Gott! Oh, was? Oh, nein! Oh, verdammt! ier? Oh, ich nehme einen League of Save. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Big. Junge, als hätte ich es gewollt. Junge, als hätte ich es gewollt. Denkst du das Kriegst oder ihn, um zu tun. Nein! 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 Bro, nein! Was? Nein! Ich war nicht mal so gierig am Ende, for real nicht. Ich hab das, ich hab wirklich nicht so crazy reingegliedert. Oh mein Gott, ich wollte nur, ich wollte gerade safe gehen, for real. Ich hatte das Gefühl, das hier ist more safe. Oh mein Gott, no way. Aber Bro, Pistols insane, oder? Der Pistols-Stance ist es. Das war mit Abstand der beste Try. Alright, Motivation ist all up, Chad. Aber jetzt geht's nur nach oben. Aber jetzt geht's nur nach oben. Wenn du dich jetzt nicht mal an deinem Riemen reißt, du kleiner Gooflord, dann wiederhole ich den abgegooften Vorfall. Meine Stimme versagt. Von 1994. 1994. Oh nein, wir müssen weniger schreien, Chad, meine Stimme lässt langsam nach. Ich muss kurz gucken, mein Essen ist, glaube ich, da. Das Auto ist in meinem Haus drin. Wie zum Fick. Hat der einen Unfall gebaut, oder was? Ich guck mal ganz gut, ob der geklingelt hat. Ich bin ganz gut, denn jetzt score ich jetzt nicht mehr schreien. Ich bin ganz gut. Ich bin ganz gut. Wie zum Fick. Ich bin ganz gut gefühlt. Ich bin ganz gut. Ich bin ganz gut. Ich bin ganz gut. Wollen Sie mich hier mal an? Ich bin ganz gut. Wie ist das? Oh mein Gott, ich bin sehr gespannt, ich habe ihm erklärt, er soll sich vor die Tür legen. Wenn es gleich nochmal Klingelbro hat, ist nicht gecheckt. Komm, wirklich ne, ich verstehe das immer nicht, es ist wirklich nicht böse gemeint und man muss ja auch nicht perfekt Deutsch können. Deutsch ist eine fucking schwere Sprache oder Englisch ist auch fein. Bro, also wenn du ein Lieferant bist, dann musst du doch wenigstens auf Englisch oder auf Deutsch die Wörter Fahrstuhl und vor die Tür legen checken. Oder bin ich dumm, oder? Also die beiden Sachen müssen doch durchkommen, wenigstens auf Englisch oder auf Deutsch. Ich habe hier ein idiotensicheres Tutorial für den Boss-Fact, bin mir zwar nicht sicher, ob dir noch zu helfen ist, aber hier. Ach, ich sehe es doch schon am Link, Bro. Klassik. Ich muss meinen Geist freimachen. Okay, wir müssen kurz die Stimme saven, Jungs. Hey, danke übrigens für die ganzen Subs heute. Ich glaube, wir können heute 15k wieder schaffen. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt los, ey? Okay. Haben wir hier mehr Blaster? Oh, wir haben Blaster Damage. Oh, soll ich das nehmen? Ich weiß nicht, ob das so OP ist. Aber es kostet drei fucking Punkte, es muss ziemlich stark sein. Okay, Frage-Chat bei Fähigkeiten. Oh mein Gott. Digger, was ist passiert? Das erste Mal ist kostenlos. Anschließend kostet es einen Fähigkeitpunkt, um das zurückzusetzen. Ist es worth, für diesen einen Fight alles neu zu skillen? Ich meine, das Ding ist, wir gucken mal, was wir skillen können. Wir schauen erst mal an. Der Schreifer hin war, glaube ich, zu viel. Ja, ja, ich glaube auch. Warte mal, welches ist denn das, Jett? Ist es hier Blaster? Okay. Okay, wir haben diese Attacke. Halte um dieses Tag. Ah, okay, dann macht er so einen Schlag nach vorne. Was ist das hier? Erhalte zusätzliche Munition, jedes Mal, wenn du einen Gegner mit dem Lichtschwert triffst. Oh, mehr Muni, krass. Ich kann den Aufgeladenen öfter machen, also schneller machen. Kannst du denn mit deiner abgegauften Macht hochheben und den Augen dann auf den Augen klatschen? Noch mehr Munition allgemein, auch geil. Das Gefühl, das ist heller useless, oder? Hier ein richtiges Tutorial mit Skillbomb etc. Nee, boah, ich brauche nicht. Ich drücke Y kurz bevor ein Gegner trifft, um ihn mit einem Schuss wegzustoßen. Boah, das könnte OP sein. Aber ich weiß nicht, ob das bei dem Großen funktioniert. Und was ist das? Ah, so eine McCree-Ultie, Junge. Oh, halt doch mal die Fresse. Ach komm, okay, lass es ohne durch. Ansonsten wird es heute kein Lon-Stream, kleiner als drei. Boah, sollen wir reskillen? Ich weiß nicht, Mann. Also das hier wäre krass. Blaster-Abklingzeit wäre mega worth. Ja, komm, let's go. Let's go, machen wir. Was ist das nochmal? Halte B, um automatisch Nahkampfangriffen auszuweichen. Was ist das? Dicke, erklingelt. Er klingelt. Bruder, welchen Partner vor die Tür stellen, hat er nicht gecheckt, Mann? Bro, er ist wieder runtergegangen und hat nochmal unten an der Tür geklingelt, Bruder. Willst du mich verarschen? Das ist nicht sein Ernst, Bro. Oh mein Gott. Das ist nicht sein Ernst, Bro. Das ist nicht sein Ernst. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh mein Gott, Bro, holy shit. Ich hab's, ich hab's, Chad, es hat geklappt. Ich hab das Essen. Okay, ich werde kurz ein, zwei Happen von meinem Essen nehmen, weil ich hab das Gefühl, sonst wird die Stimme nicht besser. Oh mein Gott. Was gibt's Leckeres? Also, wir haben einmal Shaksuga. Das ist, glaube ich, israelisch. So eine Tomatenpampe. So Tomatenpaprika-Zeug. Mit einem Ei drauf, einem porierten. Und Brot dazu. Und French Toast. Boah, geil. Okay, kurzer Test. Okay, ist noch nicht besser. Mittag oder Frühstück. Ist mehr so Brunch. Ich hatte kein Frühstück. Tricoy, Pinguin, Kongo, Skylar. Danke für die Subs. Warum bist du heiser? I don't know, man. Wir hatten den Boss gerade einmal auf einem HP, Bro. Also, ich glaube, daran könnte es eventuell liegen, you know. Zeig mal. Sieht jetzt nicht so crazy appetitlich aus, aber ist sehr geil. Ist ein bisschen wie so eine Paprikatomaten-Suppe oder so. Sehr geil. Jeff, was ist euer Go-To-Frühstück? Wenn ihr es nicht selber machen müsstet. Arsch. Okay. Sucuk mit Ei, sagen immer alle, ne? Schwanz zum Morgen ist das Beste. Rührei und Brezeln. Boah, Junge. No-Job, Brezeln, so geil. Aber gefühlt in NRW hat noch niemand rausgefunden, wie man eine gute Brezel macht. Ihr müsst euch vorstellen, NRW ist so traurig bei Ditch, die diese Pizzen machen. Kennt ihr die? Bei denen gibt es hier die besten Brezeln, Junge. Das ist so traurig. Und wie schmeckt der Wöffel? Oh mein Gott, jedes Mal. Bruder, ich esse ganz normal. Paul ist mit Früchten auf Lock. Brows ist auf Lock. Mach mich fertig. Bruder, danke für den 91-Bonus-Re-Sub. Dickes Papai Entschädigungs. Und Octo, Tricoy und Iradi. Kuss. Vielen Dank, Mann. Dann machen wir's mal. Also, boom. Ey, soll ich auf den Doppellaserschwert dann trotzdem dieses Y-Skillen? Ja, oder? Ich hab das Gefühl, das wär's ziemlich smart. Das machen wir. Und... Dann machen wir noch das hier. Das macht mehr Munition. Ähm, was ist das hier? Ne, das ist nicht so OP. Ja, und Leben. Warte, war das erstes Mal... Leben hab ich schon. Leben hab ich den Max-Skillen. Kannst du bitte Rive-Stick aus deinem Mund nehmen? Glaub nicht, dass er dich für einen schlechten Blowjob gewinnen lässt. Ruhe, bitte. Okay, wo ist denn die Y-Skillen-Attack? Ist es das hier? Ah, nee, warte mal. Hier. Und dann los, wenn dein Gegner trifft, um einen Folgeangriff zu machen. Oh, okay. Aber wo ist die Y-Attack hier in the first place? Oder hab ich die... Oder hab ich die automatisch? Warte mal, vielleicht hab ich die auch automatisch. Vielleicht hat man die immer. Ah! Die hat man immer. Okay, geil. Der. Ein gutes deutsches Brot, Junge. Top 5 Dinge, die man essen kann. For real. Alter. Wirklich, wir Deutschen haben in der Vergangenheit... viel abgefuckt. Aber Brot, Digga. Da haben wir es einfach gecheckt. Das haben wir einfach gecheckt, Bruder. Das ist das beste Brot, was es gibt. Heilige Scheiße. So ein gutes Bauernbrot, Junge. Geil. Frisch aus dem Ofen. In so... In so einer etwas dickeren Scheibe, Junge. Mit so einem geilen Frischkäse oder so. Bro. Genial. Eigentlich müsste man lernen, wie man Brot selber backt. Ich hab das Gefühl, es ist nicht so schwer. Ist doch easy. Ich hab zweimal Brot gemacht und zweimal war es hart scheiße. Und ich hab das Gefühl, dass da mal Block da ist. IN intentioniert habe ich mir schon noch annuliert. Ich hab das Gefühl, dass da was trainiert wird. Heute Kaka-Challenge. Alright. Let's get it. Dann lass uns diesen Vollgooflord mal killen, Alter. Ey, ich hab noch ein paar Skillpunkte übrig. Soll ich die verskillen noch? Aber ich wüsste nicht in was. Ey, dann mach ich einfach den Rest noch in Blaster rein, oder? Lieber haben als brauchen. Das hier ist noch cool. Doppelschwert dieses hier? Ne, das ist Pussy Shit. Noch bei Widerstand irgendwas reinballern. Oder bei Macht. Maximale Macht erhöht sich. Ja. B erhöht, wie viel Macht durch einen präzisen Präzisionsausweich wieder hergestellt wird. Machen wir auch. Okay, Bro, dann machen wir's mal. Alright, let's go. Alright, wünsch mir Glück, Chat. Okay. Ich bin gespannt, ob das jetzt sehr, sehr... Boah, zieht euch mal ein, wie viel Muni wir jetzt haben links. Holy Shit. Junge, wir haben jetzt Extendomec. Extendomec am Blaster, Bro. Holy Shit. Okay, let's go. Okay. Okay, ich bin wieder hier. B now. Und, okay, ich bin jetzt hier. Okay, ich bin jetzt hier. Oh, ich bin jetzt hier. Hier ist es mal ein topping. Es heisst. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Und ich bin jetzt hier. Hier ist meine Geschwister. Ich bin dann hier. Und ich bin jetzt hier. Ah, komm mal her, Pussy Bitch. Oh, lohnt sich der Große? Ja, ne? Ich glaub schon. Auf der anderen Seite? Ne, ich glaub nicht. Oh, ich hab geblockt. Scheiße. Ah, ich hätte nicht parieren sollen. Ich hätte einfach blocken. Ah, trotzdem. Trotzdem gut. Halt. Halt. Der stirbt eher an alter Schwäche als in dir. Wir nehmen den Heal. Oder? Fuck, nein, ich bin am Heal vorbei. Jetzt so langsamer. Boah, ich hab fast in noch einen reingejumpt. Oh, fuck, heilig. Oh, fuck, heilig. Oh, fuck. Oh, fuck. Nein. Oh, my God. Nein. Gib mir ein bisschen mehr. Geben. Langsamer. Let's gooo. Let's gooo. Let's gooo. Let's gooo. Oh, my God. Let's fucking go. Let's gooo. Let's fucking go, Chad. Wie satisfying. Oh, my God. Jetzt wird die Stimme wahrscheinlich komplett im Arsch sein. Let's fucking go. Oh, my God. Oh, my God. Let's go. Meine Stimme ist auch einigermaßen wieder da. Jetzt will er sich verbünden. Bruder, ich hab fünf Stunden gegen ihn gefeiert und jetzt verbünden die sich. Wollt ihr mich verarschen, ihr Huren-Söhne? Ich mach's kurz ein bisschen lauter. Ich fand, das war eigentlich vorher perfekte Lautstärke. Ich hatte gehofft, es wiederzusehen, aber das wird nicht passieren. Kannst du mal zusammen FIFA 23 mit Sid Willi und Elichele Zocken aufladen? Ich glaube, wir sind es. Werde ich FIFA spüren mit Basti. Okay. Alright, ladies and gentlemen. Es ist vorbei. We fucking did it. Oh, my God. Bro, es ist over. Oh, my God. Oh, my God. Ey, zocke ich einfach weiter jetzt die Blaster-Stands. Das ist schon echt cool, Mann, mit dem Blaster. Das ist besser, als ich dachte. Oh, mein fucking God. Auch einen zweiten Tag für die Boss gebraucht. Ja, der war tricky, Mann. Zehnterduster Boss. Oh, mein Gott. Oh, ich war noch nie so glücklich, Chad. Grace, kannst du mich hören? Cal, ich weiß nicht, was du getan hast, aber diese Warnscher-Kruiden haben es ziemlich heilig zu verschwinden. Der Landeplatz ist frei. Ich lande die Wände jetzt. Oh, mein Gott. Lass mich bitte verschwinden von diesem verfekten Bastlator-Planeten. Ey, voll korrekt, dass die hier so diese ganzen Sachen hingemacht haben, wo man langlaufen kann. Voll praktisch. Ja, auch immer bei Tony Hawk, Bro. Einfach so auf dem Dach ein leerer Pugel. Klassiker, Junge. Wer kennt's? Und so die Bord... Der Bordstein ist einfach so eine Kurve, Bro. What the fuck? Fuck, gar keinen Sinn. Ja, ja, ist so. Oh, mein Gott, Alter. Wir heilen uns erst mal. Bin jetzt gerade wieder aufgewacht. Mann, oh, Meter, das komme. Was wollen nimmst du ja echt ernst? So, alright. Ey, dann skille ich jetzt das Doppelschwert, oder? Also die zwei Einzelschwerter. Und dass ich dann da wieder so weit bin, wie ich vorhin war. Endlich sehen dich dein Enkel nach drei Jahren auch wieder. Oder wir gehen für diesen hier. Das ist auch ziemlich dope. Das ist diese McCree-Ult. Das könnte richtig geil sein für Nicht-Bosse. Guck mal, für Nicht-Bosse. Der hier. Ist krass. Okay, cool. Du hast mich hopscannend. Meine Mama hopscannend. Mein Arsch hopscannend. Darf ich jetzt gehen? Zumindest das, was noch übrig ist. Du A-Loch-Blöd-Mann-Furts-Gesicht-Wirt-Chimp. Ravis hat der Maul, ist tot. Nun, dass du das Tutorial bestanden hast, kann das Spiel endlich beginnen, Clip. Oh mein Gott, wie lange wollen wir den Gegner noch machen? Ey, wenn wir das Game durch haben, gebe ich das Wort Tutorial ein bei Stream Elements. Und schau, wie viel Geld ich gemacht habe. Sehst du vor einem Blaster, hol dir ein Trostpflaster. Komm zu Pile und Salon, jetzt auf dem zerstörten Mund. Hey, Sian, er ist nicht tot. Wie geht's dir kleiner? Ja, er ist nicht tot. Lulwe. Ravis ist tot. Deathcoun 416. Das erklärt ist. Wisst ihr, was die machen sollten? Die sollten ein Game machen, was übel schwer ist. Und wenn man einmal stirbt, ist das Game over. Man muss neu kaufen. Aber wenn man es schafft, kriegt man 100 Euro. Gippie, ey, keine Ideen, what the fuck. Rät's einfach zu Chef Strubbe geworden in den vier Stunden. Ja, Mann. Sehr gerne. Auf einmal reimt der Brie. Alright, ich gehe kurz auf Toilette. Boah. Boah. Ey, die Donation danach, das Beste ist, in my opinion, Sekiro. Welches Souls-like Game würdest du empfehlen, abgesehen von Elden Ring? Achso, äh, Dark Souls 3. Dark Souls 3 oder Sekiro sind die besten. Kannst du bitte Autotune ausmachen, Lulwe? Ja, das Beste ist, in my opinion, Sekiro. Hey, Chad, habe ich euch schon meinen Lieblings-TikTok-Account gezeigt? Das ist so eine Frau, die singt immer, die hat so grüne Haare und die singt immer in so verschiedenen Berufen und heute, boah, boah, ich habe gerade mein Fenster aufgemacht, wo die schon Flashbang und heute, äh, heute ist der Beruf Friseur dran. Digga, jetzt geht der Sound nicht. 1. Bro, ist nid... Ist... du bist alt, Kevin. Man, als ob ich das so auf Serious Feierkommel... Was ist das hier? Irgendwie so Altenpfleger oder so. Und ich glaube, es gibt Firmen, die, sie payen, dass die einen Song machen über die Firma, weil alles, was sie holen, ist bezahlte Werbepartnerschaft mit Plano. Das ist der Berliner Stadtreinigung. Hey, hey, hey. Digga, die sollen es nochmal über mein Business. Für Senioren, für Senioren, kriege mal das Legitim. Für Senioren, für Senioren, kriege mal das Legitim. Aha, aha, aha. komischerweise sind wirklich nur alte frauen ich glaube die männer hatten gar keinen bock dass einer sitzt im hintergrund und guckt so mega deutschland jetzt mal reapers ich hab's geschafft bro ich hab's geschafft hier ein easy rezept für ein simples brot wäre das maybe was für einen kopfdrehen ja ich habe nur keinen ofen warum bekommt unser daddy eigentlich immer lobe von uns wenn er was da aber niemals kommt ein danke für eure motivation und unterstützung oder das tutorial hat mehr fps als fucking star wars an manchen stellen und ich wünsche es wäre ein gag aber eigentlich ist es keiner ich brauche einen moment ja aber zu kosten der stimme ja die stimme hat bruder ich habe es einmal geschafft und es fehlt also fast geschafft und es wieder noch ein hit ein hit und seitdem ist die stimme tot blondieren frisieren haare schnippt schnapp haare ab kannst du meine gedanken lesen das ist kein jedi trick ist die alte die ich fick bei der wein falls er letztes mal nicht da war sorry sorry wir versuchen gerade auch gehörts abzuholen das ist unsere freunde mit der wir gerade eine love story haben das ist tatsächlich ein sehr gutes und leichtes brot sehr leichtes brot oder sollte dann links sein ich möchte einfach nicht wie er enden blondieren du bist ziemlich stur als hinweis du hast den boss bei 330 toten das erste mal gefightet punkt punkt luller ich möchte für real hinkommen sie träumten gemeinsam sie litten gemeinsam nicht so einfach aus einem gemeinsamen traum treib dich das um dich selbst zu verlieren war die ja ein wenig fuck my wife solltest du je vom weg abkommen mein der Kerl ist ein kack holt führen wir dich zurück Digga meint ihr BD ist ein kack holt da links im bild junge BD ist ein Leatherman Bro Digger BD kommt erstmal mit so einem Lederfetisch anzug Genau, auf die Party. Die Idee darf alles mit mir machen, was er will. Digga. Einfach so ein kleiner Roboter. Alright. Oh, Schneebium. Ach nee, nevermind. Das war einfach nur hell. Scheiße. So. Ey, man kann doch Safe auch Schnellreise von hier irgendwo machen, oder? Ah ja, okay. Schnipp, schnapp, Haare, ab. Ich glaube, wir müssen echt stehen laufen. Ich weiß nicht, ist das Big Content in einem Stream, ein Büro zu backen? Also ich könnte halt ins Büro gehen dafür. Da haben wir halt einen Ofen und so. Boah. Boah, das sieht richtig krass aus. Holy shit. Registriere dich jetzt für unser einmaliges, kostenloses Schnupper-Abo. Bro, das ist deine Company, oder was geht hier ab? Digga, Lil Bro plagt seine Company, Mann. Ach so, die nevermind ist, ist von Thermomix anscheinend. Ich gehe mal davon aus, dass dir nicht Thermomix gehört. Bro, falls doch ein Real Rap, mach mehr als drei Euro, Digga. Ich glaube, du hast es. Boah, das sieht richtig gut aus, oder? Ja, ey, wenn ihr sagt, dann machen wir. Wir können actually jetzt kommende Woche machen. Dann machen wir, dann frage ich Tim und Miguel, ob die mich abholen. Dann fahren wir dahin und dann müssen wir auch nicht unterbrechen. Also dann machen wir das Brot und dann kommen wir wieder hierher. Woher das Rainbow Six Siege-Shirt? Junge, das ist von 6pm, nicht von Rainbow Six Siege. Was ist das denn jetzt? Digga, ich werde es nie wieder anziehen. Und los. Steht Mittwoch der Gymstream. Das muss nur noch das Gym zu sein, dann ja. Alright, wir müssen kurz gucken, wo wir müssen. Wir müssen nach... Nach da. Also hier einmal rechts um die Ecke quasi. Bro, hier liegt es immer so böse, ne? Hallo. Cooles Gespräch. Schnipp, schnapp, Haare ab. Ich weiß nicht, ob ich... Wollen die, dass ich hier in das Gelbe reingehe? Oder wollen die, dass ich da in das Grüne reingehe? Oder wollen die, dass ich da hingehe? Oh, die wollen, dass ich da hingehe, oder? Chat, gleich kommt der härteste Boss im Game. Nein, 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 nein. Das ist Cap. Das muss... Muss Cap sein. Ah, jetzt sind wir richtig. Das wäre ziemlich cool, wenn wir nochmal einen Stimp bekommen würden demnächst. Ich bin jetzt Batman-Bronzer erreicht, hier kann ich mitkommen. Dicke, halt mal die Fresse. Wie heißt du, Junge? Für einen guten Groll muss ich deinen Namen wissen. Ich bin Kerl. Das ist BD1. Meine kleine alte Mama hat mich Skuba's Def genannt. Ich bin Skuba, der Fischer. In Pailun Saloon gibt es einen Fischtank, der etwas auf... Dicke, was ist denn der für ein goofy outfit, Bro? Pailun Saloon. Dieses Wasserloch voller Landraten und... Dicke, der redet so, als wäre es 400 Kilometer weg, Bro. Ich bin den halt von 20 Sekunden hierher gelaufen. Als er aber noch nie da war. Oh, geil, wir haben den rekrutiert. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber PogChamp. Okay, ich glaube, da drüben ist eigentlich die epische Loot. Den holen wir uns eben. Ah, nee, warte mal. Ich glaube, hier unten ist... Ist hier nichts. Nee, hier ist nichts. Hier geht es einfach weiter. Da ist eine Kiste im Wasser. Da drüben oder wo? Oder wirklich im Wasser. Oh, shit. Will Bro hat nicht gelogen. Will Bro hat nicht gelogen. Bart, Bart, Bart. Bart oder Frisur? Bart oder Frisur? Come on. Cool, Mann. Nen Knauf. Let's go. Der musste sterben. Der hatte Teil an mehreren Kriegsverbrechen, Chad. Digger, was geht mit denen? Guck mal, die sliden über den Boden. Digger. Jetzt sind sie auf richtige Höhe gekommen. Was können wir dir jetzt hier machen? Drücke unten, um bestätigtes Sicherheits-Druinen der KX-Serie zu hacken und zu kontrollieren. Oh, ich stimme verpasst. Okay, vielleicht Cap. Wir gucken mal. Gegenüber vom See. Also komplett zurück, oder wie? Oh, da drüben. Bei dem Vogel da. Ja, den habe ich gar nicht, den habe ich gar nicht beachtet. Unten im Dorf? Nein, jemand ist hier, oder? Und tschüss. Und tschüss. So, alright, wir gucken mal, ob Chad gelogen hat. So, alright, wir gucken mal, ob Chad gelogen hat. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Okay, jetzt stimmen wir mega gut, Chad. Den sollten wir uns auf jeden Fall holen, right? Das ist ein Eingang. Meint ihr das hier? Das ist nur eine Abkürzung. Der Scuba-Typ gibt dir den Stimm. Ja. Der Scuba-Typ gibt dir den Stimm. Na, das ist Cad. Oh mein Gott, ich will hier den dicken Skipper machen. Boah, jetzt ist gerade das, äh, das fucking Food-Tief-Ein-Shirt. Okay, watch this. Big Speedrun. All right. Eins runter. Ey, das Ding ist, ich sehe gerade nicht so viel, weil ich habe mein Fenster aufgemacht, damit mehr Luft reinkommt. Und jetzt sehe ich, das Einzige, was ich sehe, ist meine Spucke-Flecke auf meinem Bildschirm, you know? Hier rüber, BD. Oh, wer ist er? Ah, okay, ich check, okay, ich check. Watch this, watch this, watch this, chat. Was slidey daneben, slidey daneben. Ne, ne, wir müssen diese Tür freispringen, da ist so dieses Kamm-Zeug. Das müssen wir freimachen. Oh mein Gott. Geh nach unten und zieh ihn runter. Oh ja, das ist besser, ne? Das ist true, ich lenke ihn hier hin. Spring runter, zieh runter. Ja, das ist die Strap. So, BD, wirst du auch mal fertig, oder wie ist? Digga, BD, Junge, was machst du noch? Clash of Clans zocken, oder was? Bleib nicht zurück, BD. Achso, okay. Ey, bro. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Das ist ein Schwesterkate. Doch. Was soll ich? Digga, es war super abgegooft, aber es hat funktioniert. Alright, ladies and gentlemen. Oh, Digga, guter Call, Jack. Guter Call. Guter fucking Call. Oh my God, let's go. Wir haben 9 jetzt. Nice. I'm only human, after all. I'm only human, after all. Don't put that pain on me. Tough Burger. Bro, the fuck, Alter. Tough Burger, Junge. Ich lös mich. I'm only human, after all. Was meint ihr mit Keller, Jack? Ah. Okay, das könnte entweder noch ein bisschen geiler Loot sein, oder Jack meldet mich jetzt rein in so so einen unnötigen Side-Boss, den ich gar nicht machen muss. Eins von beiden passiert jetzt. Sehr, sehr geiler Loot. Sure, Bro. Säure? Oh fuck, Bro. Wir müssen Hugo von dem Spot erzählen. Boah, sollen wir das machen? Wir können auch einfach zurückgehen jetzt. Alles okay. Oh mein Gott, hier ist wieder so ein Fahrstuhl-Chat. Okay, wir können gucken, ob die Glitchi wieder funktioniert, Chad. Ah, nee, ich glaub nicht, ich glaub nicht, ich glaub nicht. Okay, jetzt sind wir zu tief drin, wir machen's einfach schnell. Why not, why not? Wir müssen an dem Punkt jetzt auch nicht mehr rushen. Dinger, dieses Blaster-Stats ist ja so OP, holy shit. Guck, wir können's gar nicht mal Bubbub machen. Was sagt er, seine Mutter wurde gekriegt? Hat er's geschafft? Ja, ja. Wir haben's geschafft mit dem Blaster-Stats, Bro. Der Blaster war die. Der Blaster war die Key-Chat. Ruhe im Karton. All right. Hier ist der Big Loon, von dem Trick gesprochen hat. Ne Bomberjacke. Hilfst du mir mal, BD? Ich fühl mich viel besser. Oh, oder hier ist noch ein Boss. Äh, okay, gut. Äh, vermutlich ist es das, right? Oh mein Gott, wie ich das hasse. Können wir so'n Skip hier irgendwie machen? Oh, easy. Holy shit. Holy shit, the damage. What the fuck? Junge, what friends? Skip five hours, man. Hit me, BD. Joa, nice. Das schaffen wir aber. Wenn ihr mir sagt, das ist worth, den zu fighten, dann fight ich den. Ist null worth. Okay, hier geht's übrigens auch nicht rein. Die Steuerung muss woanders sein. Das ist ein Weg zum Boss. Ihr? Ich weiß nicht ganz, ob es hier der official Weg ist zum Boss. Ich hab irgendwie das Gefühl nicht. Oh mein Gott, Kai, oh Jesus Christ. Alright, easy. Wieder runtergeglifft. Guck mal, da steht er. Hallo, Ronny, Junge. Was, meine Ex-Freundin hätt's das zweite Mal ins Game geschafft, Gule? Oh mein Gott. Oh, der ist. Bin ich jetzt one-show wieder? Bigger, no way. Vielleicht gehen wir vor dem Fight mal rechts irgendwo. Ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl, es gibt einen anderen Weg mit einem besseren Spawn, oder? Checkt ihr, was ich mein? Weil der Weg, den wir gerade nehmen, der ist ja auch ein bisschen so, ein bisschen erschummelt, sag ich mal. Wie wir Profis sagen. Du bist erledigt. Ich werde mich senten. Vielleicht müssen wir da rüber, aber ich, nee, darüber schaff ich's nicht. Oh, vielleicht hier. Pop, 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 pop. Und dann irgendwie... Hier? Das sieht doch gut aus, oder? Oh, will er uns fighten hier, oder was ist seine Mission? Abkürzung freigeschaltet. Was hab ich jetzt? Ah, hier. Okay, nice. Wir können das hier nicht kaputt machen, aber wir können hier Wallrun. Okay, da hinten ist auf jeden Fall ein Perk. Nice, da hinten ist ein Perk. Easy Dodge. Alright, HP oder Macht? HP oder Macht? HP oder Macht, Chip? Come on. Das Ding ist, ich glaube, das kostet uns jetzt ein bisschen Zeit, aber es könnte uns ein bisschen Zeit in der Zukunft sparen. Denk mal drüber nach. Du musst Kugeln werfen. Was für Kugeln? Achso, so eine. Aber an die, also an die komm ich nicht. Die sind nicht da. Wie mach ich das? Von der anderen Seite. Äh, meint ihr von hier? Ja, aber dann... Oh mein Gott, man kann die so weit werfen. Holy shit, okay, okay, never mind. What the fuck? Come on. Oh, Chad, ich bin so glücklich, dass wir's finally geschafft haben. Holy shit, Jungs. Wirklich, feels good, man. Digga, wer ist er? Wer ist er? Auf einmal noch ein Boss. Guck mal her, Pussy, hier ist, Bitch. Kiss mir, bitte. Wer war'n? Ich werde siegreich sein. Digga, deine Mutter wird siegreich sein. Keine Ahnung, wo der vorn hin sollte. Oh, fuck, was ist das? Oh mein Gott. Bro, dieses Lasso ist mega-wag von ihm. Holy shit. Alright, let's go. Okay. Easy. Der war giga-ass. Ja, der war mega-shit. Aber das Geile, das hat einen halben Skillpunkt gebracht, Jungs. Das ist nicht bad. Das ist wirklich viel. Äh, wait, falsche Richtung. Oh, was ist das? Fist, die runterkommt. Okay, und jetzt sprich ich hier rein, oder wie? Was ist das? Hier rein? Digga, was sollen die von mir? Ach, oh mein Gott. Hätte ich damit den Boss-Fight machen sollen? Wie, und was? Hat der jetzt nichts gebracht, oder wie? War das jetzt einfach nur ein Fight? Oder bin ich dumm? Ich sehe hier nichts, wo es weitergeht. Bro, will er mich... Warte mal, hier ist irgendwas. Schaut mal, hier ist irgendwas Grünes. Seht ihr das? Da auf der Karte, da? Irgendwo ich... Ah, hier. Nee, wait, aber da waren wir doch auch schon. Ne. Das Loch ist richtig, wie das hier? Ah! Okay, wenn jetzt hier nicht der übercoolste Shit auf Erden drin ist, Bro, dann bin ich sowas von pisst. Oh, der Loot ist random, so real. Oh, der Loot ist random, so real. All right. Ja, da geht's. Vielen Dank für den Reset, my man. Dritzel, Unwiss, Janni. Kuss. Komm schon, Kumpel. Ah! Okay, I guess, I guess. Okay, what the fuck? Okay, wir gucken mal auf Karte, ob es safe ist. Man soll hier irgendwo aber runterkommen, oder? Oder wie seht ihr das? Also guck mal, da unten ist der Bossfight, aber man kommt eigentlich nicht hier so einfach runter. Also ich hab mich halt runtergeglitscht. Im Raum da drüber ist wieder so ein Loch. Ah, okay. Dann finishen wir kurz die Jungs, glaub ich. Ah, ja, ich seh's. Warte mal, mach mal, mach mal so. Was, ist nicht runtergefallen? Was, okay, da war ich. Oh, ich hab keine Macht. Oh, mein Gott. Painful. Alright. Hier runter, ne? Big out. Der hat überlebt, als ich lösche. Oh, mein Gott. Ey, no joke, schwerer als der letzte Boss. Ich fühl mich schwach, baby. Ja, ich fühl mich auch schwach. Okay, kann sein, dass wir absolut keine Abkürzung jetzt gefunden haben. Außer den, das heißt, was wir gefunden haben, ist der richtige Weg runter. Oh doch, warte mal, ist da. Nee. Ich dachte, hier ist vielleicht, ist hier vielleicht irgendwo so ein Meditationspunkt. Das wär halt geil. Oh, ich glaube, das schaffen wir nicht. Oh, warte mal, vielleicht hier? Wenn wir das mitnehmen, können wir... Ich weiß nicht, ob das das ist, was wir machen sollen. Ey, vielleicht können wir den Boss-Fight skippen. Ich hab das Gefühl, wir können den skippen, wenn wir einfach hier rausgehen. No fucking way. Noch ein Boss. Also, nicht Boss, aber so ein... Da ist mir nochmal so ein... So ein Dingsjäger. Okay, was jetzt? Noch mehr von euch. Okay, wir haben keinen Stimmen mehr jetzt. Was machen wir jetzt? Darf ich den Kopf geben, oder wie? So, mal hier, komm, ich hab Angst, dass ich den anderen auch noch pulle. Oder ich pull den anderen auch noch, und ich fighten gegeneinander. Vielleicht klappt das eigentlich nicht. Oh, Digga, die Höhle ist so cringe, Bro. Boah, machen wir die, Digga? Boah, die fühlt sich so unnötig an, Mann. Holy shit. Die Höhle lohnt sich nicht mal. Bro, das muss ein Joke sein. Boah, die ist wirklich sehr, sehr abfuckt. Okay, sag mir, was bekomme ich, wenn ich sie hier geschafft habe. Dann entscheide ich. BD, dürfen wir ein Stimmen rüber. Einen Bart. Bro, der Loot ist random. Ich kriege immer einen Bart. Das ist der Falsche. Guck, wenn du mich direkt explodierst. Ey, Manometer. Hier werden alle Truhen auf der Karte angezeigt. Boah, heilige Scheiße. Die finde ich sowieso alle. Oh mein Gott, Junge, ey. Oh mein Gott, diese Höhle ist so painful. What the fuck, Bro. Ja, komm, machen wir schnell. Schaff ich. Ich meine, mit allen Stimms ist der First Try. Oh mein Gott. Boah, der hat aber richtig dick XP gegönnt. Holy shit. Okay, nehmen wir. All right. Hier war sonst nichts mehr, ne? Oh, warte mal, was ist hier? Okay, eine Kiste. Bart, Bart, Bart. Komm bitte, damit sich das lohnt. Oh mein Gott. Bro, willst du mir sagen, von da oben, Junge, er macht einen Zwischensprung, ein Dash. Ich sterbe, Alter. Es macht überhaupt keinen Sinn. Okay, komm, dann First Try mit den Kollegen jetzt auch noch. Komm, er postiert, Bitch. Oh, ich bin One-Shot-ed. Was ist mit seiner Stimme passiert? Ich sag mal, wir haben an einem Boss insgesamt mit gestern ungefähr vier Stunden, drei Stunden gestackt. Und dann hatte ich ihn auf einem HP. Ja. Und dann sind Dinge passiert, you know? Oh mein Gott, dieser Fallschaden. Ey, Brunner, das bringt mich zum Verzweifeln. Digga. Das ist so dumm. Oder? Also, es ist ein bisschen, oder wie ich es. Das ist dumm, oder? Nicht sehr stabil. Hübsch. Und, was hast du gefunden? Oh mein Gott. Eigentlich bist du's, aber da hast du recht. Immerhin. Komm her, Pussy is Bitch. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe die Nase voll. Räger. Jetzt hier wieder den Fallschaden drin. Can't wait. Du kannst Fallschaden noch ausmachen, Geduffler. Kann man for real? Das klingt voll OP. Ich werde sie töten. Ich sterbe jetzt wieder. Alright. So. Auf ein neues Kollege. Scheiß auf den. Scheiß auf den, Bro. Real Rap scheiß drauf. Ich sehe mich da jetzt nicht. Digga, es ist nicht worth. Es ist nicht worth. Scheiß auf den. For real. Danke, Bro. Danke für den Tipp, Dirk. Fuck this shit, Bro. Fuck this shit. Chat, wir kommen sicherlich nochmal später zurück zu dem. Und dann holen wir den. Ziemlich wahrscheinlich. Ich, ich sehe dich. Sicherer Triff. Wer hat euch denn hier? Ich weiß, wie wir richtig sind gerade. Bin ich richtig? Ich weiß, wie wir richtig sind gerade. Die Fieger sind so OP, ne? Okay, jetzt kann BD den irgendwie nehmen. Und dann ist er jetzt auf unserer Seite, oder wie? Jetzt hilft er uns, glaube ich. Ja, dann machen wir was, Kollege. Der kann wieder mich verarschen. Das hat sich ja mega gelohnt. So. Alright, weiter geht's. Progress. Digga, Leute, irgendwo runter zu stoßen, ist mein favorite Part am Game. For real. Und diesen Vogel da hinten aufzuschneiden. Das ist auch ganz cool. Oh, die Duiden. Tschüss. Alright. Wir haben den Oberteil bekommen. Cool, Mann. Junge, auf einmal hole ich hier so einen Wurm aus dem Boden raus. How smart it, bro. Easy. So, zack. Wann macht der Progress? Die ganze Zeit. Okay. For real, wir sind so... Chad, wie viel sagt ihr... Warte, wir gucken ganz kurz. Wir müssten bei so... 85% sein. 65? Das ist ein Joke. Das ist ein Joke. Das ist ein Joke. Aber wir sind for real kurz vorm Ende. Das ist ein Joke. Digga, Vögel so dumm, Digga, er hat sogar Flügel. Tschüss. So, wer jetzt? Auch ihr beide noch? Okay, war ein geiler Feind, Jungs. So, ihr habt gebocht. GG, I guess. So, was genau müssen wir hier machen? Ah, wir müssen hier durch. Ah, okay. Ich muss einfach weiterklettern, Mann. Hat die Klingel, Bro, das war ingame. Klarer, danke für die Sub-Roy MFL, Black Matrix. Kuss, wir finischen euch dieses Game-Champ. Heute ist der fucking Tag. Heute ist der Tag, Chad. Heute ist der Tag. Junge, egal wie lange wir heute brauchen, wir finischen die Scheiße heute. Männer, ich weiß, ich finde es mega witzig, aber wir werden nicht viel, so die Stunden brauchen. Da müssen wir so einen Ball reinwerfen. Wo kriegen wir jetzt einen Ball her? Käfferscham, bitte. Können wir das hier noch irgendwie aufmachen oder so? Weil ich kann hier Macht benutzen. Sag doch gleich, dass du 100 Stunden Stream machen willst, dann hätte ich mir Urlaub genommen. Digga, Jungs, heute ist wirklich der Tag. Gestern habe ich ein bisschen geflogen, okay? Gestern war ein bisschen motiviert, aber heute ist actually der Tag. und weiter. All right, gehen wir jetzt nicht dran. Links oder rechts? Jetzt ist es eine Geisterstadt. Lass deine Sensoren laufen, BD. Ich traue diesem Ort nicht. Oh, ist er? Ich glaube, den kann ich first shine. Holy fuck, shit, bro. Lass mich in Ruhe, du fett Arsch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Mach mal halb lang. Bruder, hier ist so eng, Alter. Oh, und gefickt die Sau. Ich verstehe immer nicht, warum macht ihr diese Sachen nicht direkt am Anfang einfach. Oder? Also ich meine, ihr könnt doch einfach hingehen und das Ding am Anfang machen. Was hast du gefunden? Voll dumm, Alter. Bro, Blaster ist actually sehr, sehr sinnvoll, Chad. Ich glaube, das ist für Future Gameplay richtig wichtig. Der Blaster ist so broken, Mann. Hardest Boss of the Game soon. Okay, for real, for real. Also sind wir wirklich kurz vor einem vor einem schweren Boss. Oh mein Gott, noch einer? Ey, Bruder, ich habe deinen Bruder schon gekillt. All right, es ist, glaube ich, viel schlimmer für dich, wenn du einfach am Leben bleibst und es verarbeiten musst psychisch. Deswegen lass ich dich einfach am Leben. Oh, Loot? Bart, gib mir ein Bart. Gib mir ein Bart. Gib mir ein Bart. Come on. Ja, das ist auch mega cool. Guck mal, wie er wartet, Bro. Oh, Däger. Der Bro ist richtig traurig, Mann. Oh, Mann. Ey, Däger, es tut mir leid. Ich habe absolut keinen Bock, dich zu falten. Ich muss actually sogar zu ihm zurück, glaube ich. Um dann den Hale zu machen. All right, mach's gut. Tschaui. Viel Spaß noch. Oh, mein Gott. Däger. Wirklich, Jump'n'Runs in dem Game-Chall ist das Schlimmste. For real. Nimm den Skip. Habe ich eine Abkürzung übersehen, oder was? Egal, brauchen wir nicht. Wir sterben einfach nicht nochmal. Oh boy. Wir sterben sicherlich nochmal. Ach so, wir haben keine Moni. Oh, bitte. Kannst du an die ranschleichen? Wie kommst du denn hierher? Nee. Lass mich los. Lass mich los. Ich spiele nochmal den ersten Teil durch und dann das neue Spiel und ich bin schneller als du. Brooo, okay, Alter. Ich habe mir gestern den Speedrun durch reingezogen vom ersten Game. Man kann das Game in 28 Minuten durch spielen. Bro, ich habe 16 Stunden dafür gebrochen. Beim ersten Mal, glaube ich. Aber der hat sich auch erstmal direkt in irgendeine Wand reingeskippt und auf der Playstation gibt es irgendeinen Fakt, dass man, äh, dass Cutscenes einfach doppelt so schnell sind. Aber dafür hat man keinen Game-Sound. Ich habe es vorhin schon erzählt. Ich habe dann so mein, äh, ich habe meinen Bildschirm und ich habe es auf Fernsehen geguckt. Ich habe meinen Fernseher auf 16 oder 70 Prozent Lautstärke. Aber ich dachte, es ist einfach nur sehr, sehr leise. Ich bin dann aus dem Zimmer gegangen, Junge. Und ich bin alleine zu Hause gerade. Auf einmal, Bruder, kriegt der Typ fünf Discord-Benachrichtigungen und sein Controller ist leer. Digga, ich bin gestorben, Alter. Ich war hellwach. Es war um 3 Uhr nachts oder so. Ich war hellwach, Bro. Habe ich erstmal noch eine Stunde Brawl Stars gespielt, weil ich nicht pennen konnte. Und ich kann jetzt Laser schießen. Oh, shit, let's go. Verschwinden wir. Okay, dann musst du jetzt all the way zurück, oder? Vielleicht solltest du beim nächsten Mal einen Scan machen, bevor du das Feuer eröffnest. Hier kann jetzt ein Pfeil abschießen. Oh nein, ich dachte, wir müssen zurück zu diesem Ding, wo wir da waren. Okay, wir fighten auch ein Pfeil. Oh, mein Gott. Weißt du was, Bro? Ich weiß nicht, Mann. Oh, wir müssen out of fight gehen. Wir müssen nicht fighten. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Lass nicht raus, bitte, bitte, bitte. Ich will nicht stimmen. Oh. Digga, Lin Bro, brennt einfach nicht. Was ist das? Okay, wir haben's. Oh, okay, Digga. Will Bro ist so hart gestorben, er hat im Boden versunken. Okay, bitte, dann schieß mal einen weg hier. Warte mal, wie rufen wir das System aus? Ah, jetzt. Ah, und boom. Nice. Digga, BD-Bestmann. Wolltest du das nicht gestern beenden? Ey, Jungs, hittet mich jetzt nicht mit dem, all right? Hittet mich jetzt nicht mit dem, ich wollte es gestern beenden. Ja, natürlich wollte ich es gestern beenden. Denkt ihr, ich habe einfach aus Spaß noch einen neuen Sidequest gemacht, Bro, oder wie? Noch kurz die Story verstanden? Digga, mit der Story habe ich abgeschlossen. Okay. Und ich sage euch ehrlich, am Punkt, wo die Story losging, habe ich abgeschlossen. Die haben so zwei Sätze am Anfang gesagt und ich habe gemerkt, okay, fuck, Bro. Die wollen von mir, dass ich den ersten Teil noch in Erinnerung habe. Und der erste Teil ist vier Monate her. So, dann chill mal in der Base. Mach's gut. Ja, hier ist gleich zu deinem Freund. Hier ist auch zu deinem Freund. Viel Spaß da unten. Vier Jahre? Wann war das erste Star Wars Chat? Könnt ihr mal gucken, Release oder so? 2019. Boah, Junge, das ist vor vier Jahren rausgekommen. Wollt ihr mir sagen, das ist vier Jahre her? Holy shit. Bro, das ist crazy. Okay. 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 Das war knapp, Alter. Ich glaube, ich habe es geschafft. Guck mal, das seid ihr, Chat. Da unten, guck. Das seid ihr. Und dann werdet ihr gefickt von so einem lustigen Käfer da. Aber ich schicke euch noch einen zweiten Chat damit nach unten. Seid ihr wenigstens zu zweit. G-G. Gute Freiheit. So. Tazu und Tal Luffy, Dinger. Okay, hier wird es geben, dass wir zurückgehen, weil hier ist Loot. Spaß. Hier ist Loot. Spaß. Auch nicht. Da oben ist was. Gut gemacht. Na, bitte. Schieß mal hier ein Ding auf. Du bist dran, BD1. Zeig die Zahl in seiner Cam die Tode, Jungs. Wirklich, der Gag ist so tot, Mann. Und welche Main-Boss hast du schon gefeiert? Also, gegen den einen Typen ohne Arm. Und gegen den Typen eben. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen, Bro. Oh, nein. Oh, nein. Oh, Bro. 2019 war ich im ersten Lehrjahr. Das ist gefühlt schon zehn Jahre her. Und was ist aus mir geworden in den vier Jahren? Ich lege den ganzen Tag im Bett und schaue jede S.E.K. von Papa Platte Streams, weil ich nicht arbeiten kann. Er wäre. Too real, Bro. Too real. Aber vier, liebe Brüder. Okay, das ist so ein Spalt. Immer mit so einer sehr, sehr schweren Aufgabe. Aber es wird dieses Mal sicherlich nicht super schwer sein. Sind das nur die drei? Weil drei von denen schaffe ich doch easy. Stimmt, war meine Schuld, oder? Dicker Vollidiot. Holy shit. Oh, nein. Das ist rundenbasiert. Ich lösche mich. Das Schlimmste an diesem ist, ich kann nicht picken, welche Waffe ich will. Wollen wir mich noch mal angreifen, oder wie ist Bro vom Ding? Das Motiviert mich nur. Oh, du hast Feuer. Okay. So, das war's. Oh mein Gott, gar nicht. Bitte, bitte, stimmt zu mir. Digga, wer ist ein Er? Hast du viel Angst? Ja, er hat zu viel Angst. Das wird sein. GG, Bro. So, nimm mal den hier, Kollege. Das ist mal der den hier. Actually, mach ich den. Bro, Degga, der tankt aber ordentlich. Degga, dieser Tritt sieht so so gut wie aus. Okay, hab ich aber, hab ich aber, hab ich aber. Ich glaube, das ist der letzte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boots, all right. Das war's. Oh mein, oh mein fucking Gott. Was geht nicht ab? Digga, sorry. Sorry. Ticker, WWE, also Smackdown. Degga. Nice. Okay, eins und zwei haben wir. Okay, das werden aber für real die Letzten sein, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wird schalten. Das wird schalten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. All right. Boom. Alter, ich hab's geförst tried, Jungs. Gute Leistung. Wenn ihr, wenn ihr zum ersten Mal das guckt, dann ist es für euch wahrscheinlich nicht heftig, aber die, die die anderen Dinger gesehen haben, Jungs, ihr wisst, die Scheiße war hard the fuck man sonst. Boah, let's go. Geil. Geil, ich hab nen Ständer. Warte, mal wollte ich mir sagen, ich war nur für das hier drinnen. Hier geht's nicht mal weiter. Müssen wir hier? Ja, ne? Boah, ich frag mich, ob ich alle gleichzeitig runterstoßen kann. Lass euch von den Kreml und den Jedi nicht erwischen. Nöööö, GG. So. Schönen guten Tag. Was sagst du hier? Äh, weiß nicht. Ich drück einfach im richtigen Moment die richtigen Knöpfe, Bro. Ist relativ simpel, wenn man's ne Weile gemacht hat. Kommt der nicht. Bro, shut the fuck up, chat. Natürlich. Digga. Das muss ein Joke sein, wirklich. Dieses Game ist so goofy, man. Warte ich mal. Was? Was soll ich da machen, Bro? Es ist einfach ne automatische Animation. Er ist verwundet. Er ist so gut wie erledigt. Redaktion ist echt gut in diesem Game. Ich hab's nicht mal auf jede Rette gepackt. Ich kann nicht entkommen. Danke, Bro. Ich weiß, ich bin ein Obvious einigermaßen im Kreml-Games. Also, ich, äh, wie soll ich sagen? Ich glaube, ich bin, wenn man jetzt nur das Game betrachtet, heller Arsch. Okay? Wenn man jetzt aber alle Skills aus allen Games addiert, bin ich relativ gut. Ich glaube, ich bin, ich werde in neuen Games sehr schnell average. Checkt ihr, was ich meine? Ich glaube, dadurch, dass ich so viele verschiedene Spiele spiele, hab ich den Skill, schnell neue Games zu lernen. Ich bin anpassungsfähig. Okay, das wird 100%ig Loot sein. Da verwette ich meinen Arsch noch drauf. Das können wir nicht hacken. Digger, wirklich, BD hat einfach den... Oh! BD, sorry. Hab nichts gesagt. Bart, Bart, Bart! Strukturierte Gummis. Nice, Digger. Die brauche ich. Chat, ich muss sagen, ich enjoy Star Wars wirklich sehr. Ist, glaube ich, nicht was für jeden so im Stream, aber ich enjoy es sehr. Geil, was zum Faken. Warte, ich sollte vielleicht mal heilen. Boah, Digger, nicer Puncher, Bro. Aui. Aui. Komm, breit an. Los, Mann, nochmal. Weiter, weiter. Ich bin, wenn es einen Preis geben würde, für am wenigsten anpassungsfähig sein, denn würdest du kriegen, niemand ist so speziell. Oh, Schätze vergab. Ich bin wirklich diesel in den Games, den Shuttle vergabt. Ich bin, wenn es einen anderen Preis gibt. So, Digger, noch eine Phase. Komm. Alright, ja, easy, I guess. Meint, ich kann die Raketen umlenken? ich glaube ja der letzte mal echt ein bisschen useless aber egal wie wäre es mit einer No-Hit-Challenge ja ist eine Hammeridee da wird jetzt Cat-Ghost-Fishing gerostet warte 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 Jungs, Jungs, wenn wir über Gaming-Skill reden, reden wir nicht über Cat-Ghost-Fishing, Bro oder Rocket League, wo jeder Vollidiot irgendwo langfliegt so, Ruhe im Karton, oh mein Gott noch mehr, holy shit Dicke, wer seid ihr? was geht denn jetzt für ein Film? oh, geschickt oh, ich will ja Oooo kann ich hier hoch? passt doch nicht einfach an diesem Fahrspiel Ey, Bro, bitte sag mir, bitte, bitte sag mir, ich muss jetzt nicht alles von vorne machen. Oh mein fucking Gott. Deine Lernkurve erinnert mich an deinem Scalable Capital Portfolio. Ey, die ist im Positiven, okay? Chillt mal kurz. Ich bin mit Minimum 80K im Profit gerade. Ihr kippt mir gar nix. Du kannst die Fighter von oben auf die drauf droppen. Okay, okay, den einen da wahrscheinlich, oder? Ja, das hebe ich mir wahrscheinlich auch für das Ende auf. Oh mein Gott, echt, ich bin tot. Ich bin tot. Danke, Bro, weiß ich. Oh mein Gott. Mann, mach doch bis einfach ne nicht rote Attacke, Digga. Ey, Bruder, ich verbrauche alles, was bei den Jungs. Ey, Manu. Mit mir schlafen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Ich brauche Verstärkung. Das kann ich einfach nicht rote Attacke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dicker, wohin? Mach mal eine Akete, bitte. So, was jetzt? Was jetzt? So, was jetzt, Kollege? Alright. Boah, die Jungs da oben sind die Nervenste for real. Digga, ich hab einfach keinen Bock zu dodgen, Bro. Bitte, Kenny, holy moly. Mann, Digga, ich will einen ranziehen, der einen Jetpacker. Junge, was ein Vollidiot. Bro, er kommt zu mir geflogen, um sich seinen Schlag abzuholen. Junge, wie dumm. Hallo, hier. So, du hilfst mir jetzt, Kunde Sohn. Okay, kommen jetzt schon die krassen? Ja. So, kann man jemanden hier in der Rakete machen oder so? Okay, this time. Okay, schön. Hallo! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, ich wurde hier abgeholt. Wenn du Blocken gedrückt hilfst und dann den Schuss auflädst. Ich will in einer HALBEN Stunde durch sein. Ich meinte, in einer HALBEN Stunde haben wir es easy. Bro, was? Das ist ziemlich viel Feuerkraft. Was? Dinger, wenn der Typ überlebt, Bruder. Ich schwöre, ich mach das Game direkt zu. Okay, er ist stuck. Der arme Bro. Der arme Junge. Okay, er ist runtergefallen. Der wurde erlöst, Jeff. So, jetzt noch wir, wa? Dann machen wir das Ding mal zu. Gut. Die sind aber auch so unnötig stark. Oh ja, er hilft uns. Okay. Nein, da haben wir Verbündeten wieder. Das ist gut. Meint ihr, wir können uns mehr als einen holen? Ich glaube schon, oder? Die sind so easy. Auf eurer Doom-Schwierigkeit, aber auf dieser insaneen Ultraschwierigkeit, die ich jetzt hoffe. Jetzt fängt er an. Jetzt fängt er an zu fighten. Bro, will er mich verarschen. Ich mache mal Halt lang, Kollege, mit dem Rocket Launcher. Ey, sorry. Kleine Koks sind in aktuell. Die kommen in Mode gerade. Da müssen wir dir keine Sorgen machen. Digga, er ist so dumm anstatt der mit einem fucking Jetpack irgendwo hinfliegt, wo ich ihn nicht treffen kann. Digga, so dumm. Okay, wir müssen versuchen, so viele wie möglich zu killen, bevor die Großen kommen. Okay, das ist sehr gut. Wir haben alle gekillt eigentlich, außer die zwei oben. Aber die hole ich eigentlich pretty easy. Wenn er mich mal hier hochlassen will. Digga, er ist runtergejobbt. Will er dich verarschen? Okay, dieses Mal holen wir's Chat. Okay, let's go. Jetzt nur noch die Kollegen, okay. Oh mein Gott. Ah, da oben, okay. Ich brauch die Penis gern von BD. Ah, die geht im Fight nicht. Das geht im Fight nicht. Oh mein Gott. Eins stimmt, zwei Arzt, Bro. Ich meine, Schönheit ist ja auch... Oh mein Gott, ich hab' die ganze Geschichte über den Kopf. Schönheit ist ja auch so wichtig, wa? Ich hab' den Kollegen rausgenommen. Schön. Ich jib meine Teammate und zieh das Go. Aua. Aua. Ich wurde getroffen. Digga. Da war eben Doom gerade reingeschrieben, als ich meinte, Schönheit ist subjektiv, dachte ist adjektiv. Digga. Bro, lass gut sein, Linz, Bro. Das war der letzte. Alter, wir haben sieben Skill-Punkte. Wir sind rich. Du kannst Angriffe auch blocken und kontern, wenn du es im richtigen Moment machst. Hat man dir das nicht gezeigt? Normalerweise bekommt man das gleich ganz am Anfang mit. Entspann dich, Kollege, hä? Was soll denn die scheiße geschehen? So weit ist er im Tutorial noch nicht. Okay, bitte, wenn jetzt noch irgendeiner kommt, den ich fighten muss. Ich schwöre. Gib mir jetzt einfach so ein Heal-Ding. Ich fetz dich, pass mal auf Sports, Freund. Ich komme mit meinem Anwalt, das wird sehr hässlich dann. Ultramatt. Ich kneife aber. Oh, ja, ja. Ich habe es auf dem Schirm. Ich habe es noch nicht. Aber ich weiß es. Tim hatte gestern und Lena hat heute Geburtstag. Oh, die sind eingesperrt. Stehen bleiben. Ich lasse niemanden durch. Ich, ich habe gesehen, was du mit den anderen gemacht hast. Jedi Abschau. Aber bei mir gelingt dir das nicht. Oh, ha, das A-Wort. Die Stauberei kommt nicht durch 15 Zentimeter imperiales Stahlglas, oder? Die Strukturwerte zeigen. Du solltest die Tür öffnen. Ich sollte was? Digga. Das ist eine Inspektion. Du hast Befehl, mich durchzulassen. Das, das ist eine Inspektion. Ich habe Befehl, sie durchzulassen. Und die sind so dumm. So dumm. Hoffentlich. Ah, danke doch. GG, I guess. Geringe Willensstärke hält sie nicht davon ab, die Galaxis zu erobern. Nee, ich will es nicht im Stream machen, Chad. Ich mache es nachher noch. Ich habe es auf dem Schirm. Keine Sorge. Oh mein Gott, ich habe keinen Heal. Was, das nun sichbare Wand? Oh mein Gott. Ey, bitte, Bro. Ich. Oh mein Gott. Bitte. Wie zum Fick soll ich denn da rüberkommen? Bomber. Damit können Sie den Außenposten komplett einebnen. Ah, da oben. Oh mein Gott. Ach so. Hier dran kann ich laufen, aber auf der gegenüberliegenden Seite, wo es genau so aussieht, Bro, da kann man nicht dran laufen. Hast recht, Digga. War dann wieder meine Schuld, oder? Ist das dumm. Ey, bitte gib mir eine Abkürzung. Bitte, BD, mach eine Abkürzung auf. Ey, ich konnte gerade hier irgendwo was hacken. War es hier die Tür? Mach dein Ding, Kumpel. Bitte gib mir eine Abkürzung. Oh mein Gott. Ist er denn hier? Ach, Digga. Fucking Rick. Oh nee. Rick, der Türtechniker. Okay, wir holen uns erstmal einen neuen Bart. Joke. Was hat das aktiviert? Checkt ihr es gerade? Bro, ich brauche... Nein, 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 nein. Oh Gott. Bro, ich will halt Heal haben. Hallo. Ich habe nicht gestanden. Wir haben das hier ist die Abkürzung, die wir freigemacht haben. Aber wohin kürzt die ab? Du hast nicht getroffen? Doch, oder? Feuer frei. Ist ja geil, wenn es diese Tür hier aufmachen würde. Ey, Jack, könnt ihr mir ganz kurz helfen? Ich check's gerade nicht. Wie komme ich zurück zu meinem Ding? Du musst fighten. Bro, ich habe... Also, ich weiß nicht, ob ihr vom Ding her gerade meine HP seht. Aber ich habe keinen Bock, alles nochmal zu machen. Okay. Ey, Rick. Mach's einfach, okay? Okay. G-Fast-Try, I guess. Digger, Rick. Der fucking Türnen-Azze, Junge. Oh mein Gott. Ich wollte mal was ich gerade erlebt habe loswerden beziehungsweise mit euch teilen, gerade wollte sich ein 51-jähriger Mann das Leben nehmen, obwohl die Gleis springen bei der Weltlos behandelt wurde, habe es natürlich verhindert und Notruf von Jörg. Holy shit, let's go! Fucking boss! Das ist cool, man! Good job, bro! Tega Zivilcourage, my man! Okay, das ist hoch! Das ist cool! Das ist ein Big W! Darauf erstmal eine Minus 3! Alter, das ist der Todesstern! Wir gehen mal weiter! Oh mein Gott, da hinten ist Heel! Chat, wir sind gleich da! Snipe! Also Leute, wenn ihr sowas seht, bitte jedem helfen und vereinander sein und einfach reden mit den Menschen! Danke dir, Bro, und viel Liebe an Chat, keine als 3! Auf jeden Fall, Bruder! Das ist mega cool, man! Good job! Kuss, kuss! Ich fetz dich, pass mal auf, Sportsfreund! Ich komme mit meinem Anwalt, das wird sehr hässlich dann! Ey! Ey! Ey, ich weiß nicht, wie fühlt man aber Leute, die immer so direkt mit Anwalt kommen, über cringe! Also es kommt auf die Sache an! You know? Es gibt Dinge, da sollte man auf jeden Fall mit Anwalt kommen! Als Beispiel, der eine verfickte Bastard, der auf meinen Namen eine Küche gekauft hat! All right! Viel Spaß, die 3.000 Euro überhaupt zu zahlen, nur Hundekind! All right! Da würde ich zum Beispiel direkt mit Anwalt kommen! You know? Als Beispiel! All right! Das ist jetzt als random Beispiel genannt! Es ist komplett aus der Luft gegriffen! Ähm... Aber... Aber so... Ja, ich will check, was ich meine! Vor allen Dingen, der Typ hat jetzt schneller eine Küche als ich selber! Was ist das? Bro! Hat dir die Küche aber gefallen? Ich habe sie nie gesehen, Bro! Ey, dann nimm die, WTF! Bleib nicht zurück! Verdammt! Was jetzt? Wer ist er? Falls du zu den Raiders gehörst, ich will keinen Ärger! Ganz ruhig, zu denen gehören wir nicht! Und auch nicht zum Imperium! Was willst du dann? Wir wollen den Berg... Ma-oh-am! 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 Du musst verrückt sein, da rauf zu gehen! Aber was weiß ich schon? Der Aufstieg war für die meisten schon tödlich, bevor das Imperium aufgekreuzt ist! Du solltest umkehren! Wir müssen besser zielen! Hier, du kriegst einen Schwannschuss! Zugekleistert, den Wichser! Schön vollgemacht, die Sau! So, weiter geht's! Alright! Was haben wir denn? Ah, wir sind hier wieder! Ah! Vorsicht! Es gibt keinen Grund, sich so hoch! Kann ich bloß WhatsApp checken? Ich hab dich, Shanna! Ja... Danke! Danke! Hallo Basti! Wir können Codenames entweder heute hochladen oder morgen! Du kannst es dir aussuchen! Sorry, es war kurz der Chef Strubel-Stream! So, wir müssen zurück, oder? Wir sind fertig mit dem Planet! Ohhhh! Hab gestern mit meinem Crashbein im Feuerwerk zum ersten Mal getanzt! Dein Stream war in meiner Hosentasche an! Sie hätt's gehört! Das Ding ist, die Story ist so goofy! Die kann halt irgendwie auch nicht fake sein! Ich weiß nicht! Ich hab das Gefühl, die ist echt! Und da... No joke! Davor hab ich Angst! Äh... Freunde! Wir haben fast wieder 15k! Vielen, vielen Dank, Mann! Äh... Ecoli! MVZJ! Marcel! Vizepräer Yannick! Klummoor! Danke an alle Jungs und Mädels! Digesablamm! Couscous! Dickes Papayenschen, Jungs! Dann schnell ansummen! Schnell die Twitch Primes auslösen, Chat! Streamer darf nicht 15k hiten! Schnell, schnell! Ey, Cousine, das ist komplett falsch, Bro! Nicht den Twitch Prime einlösen, den Twitch Prime ablösen, Bro! So dumm! What the fuck! Eikon-Wolf-Kuss! Der ist Kuss! Aber wie geht die Story weiter? Hat der danach Sex oder wie ist die dann weg? Ja, das... also... Das fänd ich auch irgendwie komisch, was danach passiert, Bro! Ist die dann einfach gegangen, hat die dann den Stream in deiner Hose gehört? Warum zappt ihr alle, ihr Vollidioten? Wenn ich sage, zappt, dann zappt keiner! Wenn ich sage, zappt nicht, zappen alle? Was ist das denn? Le Zane, Bro! Gewürzte Gurten, Bursche, Rii, Birox! Danke Jungs! Oliver, Kentaru... Dick! So dumm, Alter! No joke! Soll ich einfach nächstes Mal sagen? Zappt einfach nicht und dann zappen alle, oder wie? Was ist das? Subaru, Hackschnitzelkuss! Oh mein Gott, der Scam-Train kommt! Oh mein Gott, ich muss die jetzt selber placen? Können wir die irgendwie abusen? Also ich kann nur einen machen! Oh shit, wir haben's! Danke, Mann! Coase, Coase, Coase! Boah, ich weiß nicht, ob das in Tendl war! Soll man schon hier hingehen? Oder habe ich jetzt gerade so einen Major-Skip genommen? Er grabbelt den einfach nicht! Adrie Schimmel, Baggel, Zanny, Couscous! Vielen, vielen Dank für die Subs! Dickes, dickes Papa-Entscheld, Jungs! Auch wenn ihr keinen Sub seid! Ist ein Follower-Emot, richtig! Oh mein Gott, die Range reicht nicht! What the fuck? Ja, hier ist der Crash von dem einen Geifer hin! Er sah voll weg aus und tat mir leid und deswegen wollte ich mit ihm tanzen, aber als ich bemerkt habe, dass er deinen Stream an hat, bin ich sofort weggelaufen! Das ist smart! Gute Zwischenmann! Halt mal LT gedrückt! Warum? Ohhhh! Ohhhh! Ah, okay, aber das bringt uns nichts! Das ist nur für Loser, die kein Movement haben! Die Radars waren schon hier! Okay, hier muss... Warte mal! Können wir hier was freigufen? Scheiße, jetzt fang ich auch schon halt an! Ah ne, okay, das ging nicht durch! Ey, Melly! Dillkes Papayentschädigungs! Vielen Dank für die fünf Sub-Gifts! Kost, 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 kost! Danke für den Support, man! Und congrats an die fünf Arzneim-Zappern! Die Mera, Julius, Tim, Vani! Kost, kost, kost! Vielen Dank, man! Digga, du redest einfach wie Papaplatte! Oh! Okay, warte mal! Wie machen wir das Scheißding hier auf? Wir brauchen halt irgendwie... Wir brauchen halt irgendwie... Ähm... Ach, oh mein Gott! Okay, was zum Fick müssen wir hier machen? Ich würde das Ding jetzt einfach mal... ...mitnehmen. Ah, okay, warte mal! Wir müssen das hier irgendwie aufbekommen! Digga, bin ich dumm? Was zum Fick will das Ding? Wir reden nicht, Digga! Gute Arbeit! Machen wir uns auf den Weg nach oben! Wir reden nicht, Digga! Jetzt ist nur die Preisfrage, wie kommen wir hoch? Warte mal, konnte man da dran... Das war ein taktischer Reset. Ich glaube, man kann hier dran laufen, oder? Hä? Hä? Von innen hoch? Wie von innen hoch? Wie von innen hoch? Ich weiß nicht, können wir den hier durchschieben? Bro, na... Also... Am besten wäre, wenn wir das mit rausnehmen können. Aber können wir halt nicht. Digga, vom Dach ins Loch ein. Ja, ich weiß! Aber wo? Wo? Wie kommt man aufs Dach? Da ist es doch! Vor dir! Ah! Ach so! Bro, was? War das die ganze Zeit... Nein! Das ist grad gespawnt, bro! Das war never die ganze Zeit hier bevor! Niemals! 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 Okay, und jetzt stelle ich den einfach... I guess... hier oben... Ah! Okay, jetzt habe ich es. Ey, vielen Dank nochmal. Kuss, kuss. Und vielen Dank für die Kappe. Alright, big progress, Chad. Easy, easy, easy. Easy, easy, easy. First try, bro. Was kostet das Game? Ich glaube, 70 Tanken. Okay, weiter geht's. Show progress. Okay, warte. Immer noch 65%. So wie du spielst, ist es ein Wunder, dass du schon so weit bist. Digga, was? Junge, aber manchmal ist es so komisch, wirklich. Ah ja, scheiße, wir müssen noch skillen. Machen wir gleich, wenn wir nochmal sterben. Kurze Frage, wie genau hast du jetzt vor in 5 Minuten Game zu finischen. Ja, ich glaube, es wird echt so knapp. Ich glaube, in 5 Minuten wird es schwierig. bis in 5 Minuten zum Greif an. Ruhm in der Arena. Digga, Ruhm in deinem Arschloch. Halt deinen Maul. macht ich fertig so jetzt wird als allererstes mal eine runde weg es gilt so und ist jetzt eigentlich mit dem game durch sein aber du kennst noch nicht mal den endboss lule ok das klingt ob ich den blaster komplett zu ende werden jetzt diese mit kreut hier diese können wir so mehrere auf einmal schuten ich glaube das ist echt cool und dann haben wir das hier ich weiß ich werde ich das benutzen schon cool ich mach mal it's high noon und durch baby komm doch her zu mir es ist mir egal ob du dein herz verlierst okay damit das hier gegner in einem kleinen bereich taumeln wenn kell sich heilt wir bleiben weiter bei blaster schaden das ist cool manchmal frage ich mich wie leute dieses game spielen die keine ahnung von gaming haben wie machen die das ich sehe dich ich krecke schon ok ok wir kriegen das hin ja 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 vielleicht ja man das ist ja ja nie ich Holy shit, Alter, ich da jetzt runtergefallen. Nice. Boah, Digger, sind die stressig, ey. Wollen wir ihn auch mal finishen? Heilige Scheiße. So, und jetzt sterben, damit ich noch mal alles normal machen darf. Das war ein Joke, das war ein Joke, das war ein Action-Joke. Oh, mein Gott. Alright, einen noch, dann haben wir's. Oh, mein Gott, Che, wir haben's. Oh. Alright, let's go. Digger, die Fights sind langsam wirklich schwer. Ich glaube, an dem Punkt macht es teilweise wirklich schon Sinn, fast Shit zu skippen. Oh, mein Gott. Hast du Ahnung von Gaming? Bro, ja, obvious, what the fuck. Digger, ich... Gaming ist mein Hobby. Gaming ist mein Leben. Wie läuft's mit dem Tod-Simulator? Wie läuft's mit dem Tod-Simulator? Ja. Oh, der andere hat nicht gekillt, ne? Super high. Moin Joes. Ey, Bruder, wie soll man sowas predikten? Also wirklich Ey, jetzt muss ich den fighten, weil der zu nahe ist, oder was? Ich denke, was geht mit euch hier unten, Jungs Oh mein Gott, die Stirb kommen näher, die Wände kommen auch näher, holy shit Viel doch, ja, ich hab mich auf AP geachtet, Mann Die machen so unerwartet viel Schaden die ganze Zeit Ich konnte die letzten 500 Male da oben mit links hinten mich ranhangeln Warum? In Gottes Namen Jetzt, Alter, heilige Scheiße Aber wir haben einen Druidiker, wenn ich sie mit runtergenommen, nehmen wir Oh mein Gott, oh mein Gott, wir haben es Du solltest auf mehr I-Rail-Streams umsteigen Gaming ist nicht mehr so deins, du wirst zu alt Much love anyway Ich hab das Gefühl, das ist so ein bisschen ernst gemeint, Digga Und ich weiß nicht, ich ahne das nicht so Das ist ganz schön gemein So alt bin ich nicht, Chat Ja, die Frage ist jetzt, wie komme ich jetzt da wieder hoch Was denn jetzt Softlocked, hä? For real, wie komme ich da hoch? Hier so? Okay, ich weiß nicht, ob das intended ist, aber Halt mich fest So Okay Der spontane Loslasser, absoluter Klassiker im Powerplatte-Repertoire So Alright, GG GG, nice fight Ich sag euch doch ehrlich, Chat, ich hätte die so oder so geskippt Dicke, Jungs, wohin? Dafür wurde ich programmiert Oh, Jimmy, wieder What the fuck Er weiß, wie man sich bewegt Dicke, da ist er wieder Die beste Voiceline im Game Er weiß, wie man sich bewegt Ich schwöre, diese Drohinen, solche Kuma, Mann Mein Sportleger Es sind immer die Sportleger, Bro Was soll ich sagen Bro, wofür hast du eigentlich eben gestillt? Ich weiß nicht, welchen Stream du geguckt hast, Bro, aber ich hab nicht gestillt Ich werde den Weg dorthin in deinem Namen freiräumen Du Eindringling Okay, GG Eindringling Guter Call, aber Da wissen die anderen Bescheid Okay, vielleicht müssen wir die Tüten erst ausmachen oder so Das Spiel erinnert mich krass an Ratchet & Clank Inwieweit, das ist doch Null wie Ratchet & Clank, oder? Bruder, es ist Zeit, deine Mutter zu ficken Zeit Ich nehme auch jeden Hit mit Es wird jeder Hit mitgenommen, einfach So Wundervoll Chat, ist das, wo wir waren? Ist das, was wir waren? Hier, dieses Können wir das jetzt schon machen? Diesen Part hier? Ja? Okay Aber wie? Weil das geht kaputt Das Spiel, achso Ja, okay Ich hab ja schon den Klenk nie gezockt Ausspringen Das sind die Dinger, mit denen wir hochgekommen sind, oder? Kann ich ein Stim kriegen, bitte? Ich hab das Gefühl, wir müssen hier heute hoch, aber Ich verstehe nicht, weil das geht kaputt, wenn ich das Teil mache You know? Oh, warte mal Da geht's Bro, aber Also Don't get me wrong, aber das ist doch einfach schlechtes Spiel-Design, oder? Bin ich Also das ist doch Das ist doch einfach Guck mal, warum kann ich es nicht hier machen? Das ist doch scheiße, einfach Oh mein Gott, ladies and gentlemen Das hier Ist der zehnte Stim, den wir holen Wir sind zweistellig so Boah, Dega Double Digits Achtung, BD Okay, Mann Ich sage meinem Cutter Bescheid Over Äh, yo, Wilbo, Basti, kann erst Dienstag Passt das? Digga Fuckin, Basti Kannst du mal den Gluback zeigen? Äh, geht nicht, Bro Das ist bei Mir im Bankschließfach Und Mit Bei mir im Bankschließfach Meine ich in dem Bankschließfach von meiner Mama Ey, meint jemand, man kann sich hier reinstellen Und das Ding runter machen? Also ich kann so in den Boden glitschen, oder sowas? Okay Ich dachte, wir versuchen es mal, Chad Aber es war echt ein uselesses Fuck Ey, dieses Game hat mich mental auch einfach fertig, Mann Und dann auch noch diese 20 FPS Und dann auch noch diese 20 FPS Dicke, wer bist du? Seit wann ist er wieder hier, Bro? Bruder, what the fuck Ah, guck mal da Ich bin laut im Game, im Fight Und kann das Ding nicht machen Womit BD dieses Teil da oben abschließt Was mach ich jetzt? Im Sorry, dein Blick eben tat mir voll leid Mit dem Message, dass du zu alt bist War nicht ernst gemeint Aber als kleiner Tipp Nimm endlich das Bett in die Hand Und hör auf mit Lenkrad zuspielen Ruhe, bitte Ich hab das Game Junge, wer sagt zu dem Controller Gamepad? Ich glaub, ich nehm ja das Leben Ach, da unten Oh mein Gott, der Kollege Junge Junge, wegen ihm da unten Jetzt muss ich nochmal all the way zurück Bitte schieß einfach hierher, come on Digga, boh, ist alles in Ordnung? Würdest du sagen, vom Ding her Würdest du sagen, vom Ding her Dir geht's gut, Bro? Oder wie ist jetzt? Ich bin mal gespannt, wie er da wieder rauskommt Oder ist er jetzt stuck? Das ist unser Mann Das ist unser Mann Ich weiß, ihr guckt nur zu Und dann macht das manchmal safe Sinn Aber wenn ihr das selber zockt Es macht einfach keinen Sinn Wirklich Es hat an manchen Stellen Das Game einfach keinen Sinn, Bro Das hat nichts mit Copium zu tun Ihr seid bewusst, dass wir beim nächsten Bossfight Ziemlich wahrscheinlich die 500 hinten Wohl eher die 700 Kann ich hier so dicken Chunks skippen vom Ding? Boah Movement God Ah, hier ist Boat Zum Glück haben wir ihn jetzt erst gesehen Zum Glück haben wir ihn jetzt erst gesehen Bro, Junge Holen wir uns den Kompass Holen wir uns den Kompass Wisst ihr, was ich fühle? Wirklich schade finden an dem Game Also ich meine, die Bugs und so Ja, ist halt ein Classic Ist halt ein Classic Game 2023 Dass wir Spiele nicht zu Ende entwickeln Und die Leute kaufen es eh Nur über meine Leiche Das ist ein Classic Aber Was wirklich schade ist, dass wir bis jetzt noch keine Äh Also das Es gibt nichts, wo wir in einem Jet irgendwas abschießen mussten Oder so, wisst ihr? Wo wir so rumfliegen mussten Das finde ich für real echt schade, Mann Lecker, was zum Fick muss ich machen? Den Kompass holen Ja, aber also Aber wo ist der? Dicker, hä? Checkt ihr gerade, wo wir hin müssen? Guck mal, der sagt, dass wir nach da oben müssen Da hin Aber wie komme ich nach da hin? Elektro Vielleicht nochmal das da abschießen? Der einzige Weg führt nach oben Oh mein Gott Junge, halt deine dumme Fresse Nennt er mich Schrott-Sammler? Deine Mutter ist Schrott Sorry, sorry, der war zu persönlich Ich wohne nicht mehr, Bert Bitte, ich ergebe mich Das ist die Armee, die den mächtigen Jedi-Orden vernichtet hat Tötet ihn Ich wohne, Boat, ich wohne dich Easy Meine Tochter liebt technische Spielereien Am liebsten hat sie diesen Schwarzmark-Scanner, den ich einem Huttenvollstrecke abgenommen habe Ich war ein schrecklicher Vater Oh, Bro Digga, zu real auf einmal Digga, was geht denn jetzt ab? Oh mein Gott, ein Checkpoint Komm, Stiffen Dann hast du nur deine Augen Entspannt Ich habe meditiert Fluten, Reusig, Noah, Medrox und SX, SZ, NEXV Danke für die Subs, Jungs und Mädels Kuss Das bugt, oder? Ja, oder wir kriegen einen dicken Chunk nach dem Level Vielleicht kriegen wir so einen schmackhaften 10%er Ich habe irgendwie das Gefühl, wir brauchen bis heute Abend 22 Uhr Einer für dich Einer für mich Ich habe mir gedacht, das ist jetzt Angriff erfolgreich Junge, der Armer Okay, Bracill Oh, easy Mal wieder carry den Laden hier Alles wie immer, Chad Alles wie immer Ist das der zweite Run-Through? Er war ja um 16 Uhr schon fertig Genau, ja Hatte Bock nochmal, das Ganze einfach zu machen Und jo Digga, ich raffe manchmal für real nicht Wo wir weiter müssen Es ist manchmal einfach nicht Nicht ersichtlich Wo es weiter geht Wo Also guck mal, ich muss doch da oben Was wollen die jetzt von mir? Ah First try Ich gebe dir Deckung, Bruder Okay, Bruder Also hier ist eine Scheibe Achso, da lang Okay Okay, aber jetzt sterben wir nicht mehr Bis zum Glück, Boss Wundervoll Ey, ich habe die ganze Zeit in meinem Kopf dieses Bratams am Poppen Sein Dick schmeckt nach Käse Kennt ihr das? Dieses Dieses Äh Diese Pascha-Di-Pasche da Nein Mann, natürlich Man, wurde ja sagen Krustige Socken oder so Oder nee Knusprige Socken Bratams am Poppen Sein Dick schmeckt nach Käse Natürlich Ich kenne das Natürlich Wisst ihr, was ich meine Warte, warte Das Ding ist Das gibt es nicht mehr auf Spotify Digga, das gibt es nicht mehr What the fuck Vielleicht auf Soundcloud Ich glaube auf Soundcloud, ja Ich weiß nicht warum es Jetzt kam random in meinen Kopf Ich habe Wichse in den Socken Bratams Poppen Er wird heute bei mir Socken Ja, das Zimmer voller Gays Das ist der Weich, den ich chase Knustrige Socken Die Brüder am Poppen Am schmallen sein Dickreich nach Käse Klopp an die Tür Und ich frage, wer bumst Er ist am Sacken Und er schluckt es runter Jage Ersche, kein Scheiß Harry Booty ist so nice Jage Ersche, kein Scheiß Harry Booty ist so nice Digga Ey, Mann, oh Ja, ich versuch Brody Wie zum Fick geht es weiter Hä? Musst du noch da, oder? Deine Mutter sieht schlecht aus So, all right Checkt for real, ich war am runterfahren Das Def zählt, null Cent Ja, laut Chat schon Okay, also Chat Was jetzt? Meine Hirnzellen waren nie wirklich anwesend Aber seitdem ich dir zuschaut Das Und was jetzt? Zeigen wir Ihnen, warum wir die besten sind Jetzt kommen die und dann Und dann nochmal Wieder nochmal Kann das alles nicht Sag bitte, dass du Was, was erinnert sich da? Ich check's nicht Shit, ihr könnt Ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr so Obviers findet gerade Oh Mein Gott Ich hab übel Bock, es nochmal zu machen gerade Junge, was eine beschissene Scheiße hier gerade Digga, ich mach 10 Kreuze wieder wechseln Heilige Scheiße, Bro Also Wir drehen So Das gefällt dir nicht Also da können wir das Ding Brennen, bis ich gerade drehen, oder was? Ah, okay Bro, ich find nicht, dass das so obvious war Oh mein Gott Ich sag dir ehrlich, Bruder Ich kann's total nicht Du musst den alleine falten Okay Okay Find es lustig, wie du bei Basti rumgeheult hast Dass er keine Game Sense hat Aber bei dir sieht man dann das hier Bro Es ist ein einzelner Ausschnitt Von einem 20 Stunden What the fuck Alter, das kann man nicht nehmen Wir können ihn festnageln Ihr könnt auch mich einfach nageln Ich drücke wirklich die richtigen Tasten Er macht einfach manchmal nichts Ich weiß, ihr seht nur das Was dann am Ende das Game macht Aber ich schwör euch Chat, ich drücke die richtigen Tasten Wieder 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 Ich drücke Ranze ihn Er macht's nicht So, dafür wird es jetzt durchgeschnitten Oh mein Gott So Okay Und jetzt sollt ihr mir sagen Ich muss einfach nur hier hingehen Und nochmal das machen Und hab ich Das ist schlechtes Level-Design Dass man überhaupt keinen Sinn Boah, diese Viecher sind so OP, Mann Oh mein Gott Oh mein Gott Nicht Fuckin SSD-Gag Wir haben einfach bei Star Wars Alle Gags abgefrühstückt In dem YouTube-Chat Wir sind jetzt alle durch Wir haben den Ich spiel das Game nicht durch Wir haben den Ich bin scheiße in Games Jeden Insider durch Den es geht Ich bin scheiße in diesem Ding Hier die Zeug Mach dir keine Sorgen Angeber Dicke Du flächst Mit dem Hässlichen Jetpack Alter Oh Gott Oh Gott Auf einmal kann ich hier nicht mehr raus Achso doch Warte Pass auf So Easy All right Mehr HP mehr macht Mehr HP mehr macht Mehr macht Nice Let's go Okay Ähm Hat sich jetzt irgendwas geändert Wir können jetzt hier zurückgehen Aber Noch ein Glück Um die Girls Mehr an den Stream Zu intergrufen Wenn du wieder Wegen den Gegnern Deutsch drehst Beleidige doch Bitten nicht nur Die Mitte des Droiden Sondern bleib Beide Elternteile Okay Mach ich Mach ich Digga Jetzt ist das Ding Da stuck Was geht denn jetzt ab Ey guck mal Warte mal Ich kann das jetzt Ach schade Ich hätte das Jetzt hier drin Placen können Dann kann ich auch so Aber dann wird es sich Irgendwie hier rumglitschen In die Wand oder so Warte mal Lass mal versuchen Das in die Wand zu placen Junge BD Alter Wirklich BD Helf ihm Als würde BD Die ganze Zeit rumchillen Okay Wir müssen kurz Für die Wissenschaft Diesen Typen killen Und mit wir Meine ich Boat Weil ich habe Absolut Keine AP Gerade Bitte Finish ihn Bro Okay Können wir Kann man sich so mäßig Hier in die Wand Glitschen Checkt ihr Ich bin Ich bin Ich bin Der Kerle macht noch Gronkh Konkurrenz. Wurruhe da, wurruhe bitte. Hä, warte mal. Was zum Fick sollen wir machen? Okay, wollt ihr mir sagen, es ist gerade fucking obvious, was wir machen müssen? Nee, oder? Nochmal drehen? Bro, das levelt jetzt einfach einen Haufen Scheiße. So, und jetzt soll es jetzt weitergehen, oder was? Teures Spielzeug, was? Hier waren wir doch schon. Die Wissenschaftler der Republik hatten es gut. Hey, jetzt ist auf einmal hier die Tür offen. Wenn du anvisierst und der B und X drückst, dann hau dir den O. Außerdem musst du zurück, wo du raus wolltest, beim Training mit Ballon 3 Heading. Bro, das ist No-Jones. Wie soll man das checken? Das, niemand hat das gecheckt. Ihr habt das nur gecheckt, weil ihr das schon irgendwie bei XQC gesehen habt, oder so. Niemand hat das gecheckt. So, jetzt ein Heal wäre ein Traum, Freunde. Oh mein Gott. Let's go. Let's go. Wir haben ein Heal. Oh mein Gott. So, und let's go. Wir müssen da lang, ne? Was ist hier denn? Von da kommen wir doch, oder? Bin ich dumm. Okay, wir müssen trotzdem hier hin. Kannst nicht, ob wir hier mit BD reinschießen müssen? Ah, hier hoch, maybe? Oh, das sieht ziemlich official aus hier, irgendwie. Wir sind auch gleich oben. Okay. Da geht's zum Observatorium. Genau hinter der Armee von Bedlam-Druiden. Oh, shit, wir sind hier. Moin. Wahrscheinlich einer, oder? Nicht nachlassen. Jetzt bloß keine Zurückhaltung. Fast geschafft, Kerl. Das geht es. Oh, der, die Levels, das würde sein, dass es Kleinkinder schaffen. Schau mal in den Achsel. Die Achsel gibt's da ja noch nicht genau. Mann, Junge, das würde nicht für Kinder designen. Geil, wir haben euch die zwei FPS gefallen. Wie fandet ihr die vom Ding? Wie waren die? Ich fand die sehr geil. All right. Oh, mein Gott, Junge, das sieht ultra-official aus, gerade. Holy shit. Wow, ich lef ein Räcker auf die Toilette. E. 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 So lange der Goof-Lord auf dem Klo ist, Chat, ihr seht heute wieder unfassbar geil die nächsten 200 Tode. Ausrufezeichen V, 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 V. So, ich hab hier wirklich einen weggepisst. Stell euch vor, alle kriegen es hin und du bist der eine Typ, der fucking nur in den V schreibt. Bro, wie scheiße. Wirklich, ihr seid an Scheißigkeit nicht zu übertreffen, Freunde. Gerade bestes Gameplay bis jetzt. Wirklich, dieser Gag, Jungs, der wird auch nicht lustiger. Boah, ich hab noch French Toast. Ich weiß nicht, ich mein, irgendwie bestelltes Essen sieht immer so ein bisschen hingerotzt aus, oder? Ich weiß nicht. Das sieht mir jetzt nicht so appetitlich aus. Aber es wird vermutlich sehr geil schmecken. Seid ihr auch so hyped auf die Todesstriege, Chat? Wir one-shotten den jetzt. First try. Oh mein Gott, der. Junge, oha. Ich dachte, wir machen auf Undercover. Chillt mal. Oh, das ist er wieder. Oh mein Gott, das ist er wieder mit der Einarm, Mann. Er hat die Nachricht wohl einige Jahre zu später halt. Wenn Santari zu mir gehalten hätte, hätten wir den Rat überzeugen können, dass Tannelor das Opfer wert war. Jetzt ist sie fort. Genau wie Ravis. Der Orden ist vernichtet und ich bin frei. Du bist ein Bitch. Ihr seid nicht frei, Dagon. Ihr seid allein. Boah. Gänsehaut. Warum seid ihr hier, wenn der wahre Feind dort draußen ist? First try und ich donate 50 Euro. Den konntet ihr zulassen, dass die Galaxis einer unwürdigen Maschine wie dem Imperium in die Hände fällt. Ihr haltet euch für einen Überlebenskünstler. Dabei seid ihr ein Versager. Junge, chill. Sie haben uns nicht besiegt. Noch nicht. Wer wird jetzt von der Vergangenheit geblendet? Im Abyss wird uns das Imperium nicht erreichen. Ich werde aus den Raiders eine Elite-Armee machen. Angeführt von Jüngern, die in meinem Tempel in der Macht ausgebildet wurden. Wer sind die Raiders? Und dann werde ich zum richtigen Zeitpunkt zuschlagen und die Galaxis mit Feuer säubern. Wir haben bereits einen Imperator. Gib uns den Kompass. Und warum sollte ich das tun? Weil ich ein Vater bin, den die Optionen ausgehen. Sind es die ausgestiegenen Leben für meine Kleine im Weg? Her damit. Sonst vernichte ich dich. Ihr klammert euch an so kleine Träume. Tenelor ruft. Ist das okay? Help! Ich war doch am Essen, Mann. Also ReRap erzählt nicht. Das war's dann mit dem 50. Kannst du es im Anschluss nochmal durchspielen, aber ohne den Porno-Balken, damit man die Cutscenes genießen kann. Ja, will ich machen. Da kann ich mich einfach die ganze Zeit dodgen und Bode macht die Damage. Boah, ich kann ihn vielleicht wirklich first schreiben. Außer er hat irgendwas Neues, was er kann. Okay, das ist jetzt schon wieder drin. Dann kann ich den machen und dann das. Und dann zurück. Zack. Oh, was kriegt er jetzt ab? Okay, Katsi. Ihr seid gekettet an die Vergangenheit. Digga, der Porno-Schnauzer. Oh, was? Er hat wieder einen zweiten Arm, oder was? Holyoke. Okay, ein Bode ist jetzt weg. Okay, jetzt ist der Neue. Okay, das muss aber immer noch. Okay, das ist gut. Oh, bro. Holy shit. Okay. Okay. oh, bloß euch. So, pass auf. cavity vertebraten. Was das? Von mir erwartet euch nur der Tod. Kämpft mit mir. Wie in Gottes Namen habe ich die nicht gedodget, bro? Das ist so einfach, what the fuck? Ja, der No-Jow-5-Tryson haben wir den. Der ist ultra easy. Außerdem hat er noch mal eine Phase 3, wo der überbroken ist. Wir haben einen Kampf vor uns, Kerl. Ich bin bereit, wenn du es bist. Dem mache ich mir gar keine Sorgen. Der ist easy, das fragt man. Phase 1 von 7. Ich weiß nicht, ob ich Blaster versuchen soll hier. Ich glaube, ich mache mal. Oh, der Blaster macht gut, der ist echt schön. Okay, den Try-Tail nicht, den machen wir noch mal. Jawohl, in einem Moment. Okay, jetzt kommt die zweite Phase. Okay, die zweite Phase ist auf HP-based. Ja, ob ihr ist, ey, ey. Nee, nee, nee. Wir brauchen für den wirklich nicht so lange. Ich muss nur dieses Schwert hier parieren. Wenn ich das hinbekomme, ist relativ easy. Ah, ich mache wieder mit dem. Und das hier ist HGOP. Oh, Bruder, noch weiter. Okay, aber wirklich fünf Tries. Fünf Tries, Jungs. Ich bleibe bei dem Doppel. Ganz kurzes Shoutout an dich. Ich finde es echt krass, dass du so dran bleibst, obwohl man echt brechen könnte. Ja, normal. Ja, normal, normal. Es bockt auch. Es bockt for real. Das Ding ist, es bockt nicht zu choken, aber es bockt, wenn man weiterkommt, you know? Das Gefühl zu gewinnen ist das same. Boah, Alter, wie die hat mir gerade, glaube ich, ich war kurz, ich hatte einen Doppel auf die Augen gerade. Ich weiß nicht, man, immer wenn ich ihn, äh, nocke, ist er übel schnell wieder da. Das ist mega, das ist mega komisch. Euer Untergang ist unvermeidbar. Okay, jetzt an den. Wie ist der Schwierigkeitsgrad der höchste? Ey, können wir das vielleicht anpinnen, damit alle sehen, wie cool ich bin? Oh mein Gott. Ihr fürchtet euch. Nicht drauf, was kommt hin. Jämmerlich. Du weißt nichts über die Macht. Dafür weiß ich eine Bitch, ich mein Sieg Bescheid. Keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, was ich dir in fronten wollte. Oh, fuck me. Okay. Oh, fuck, man, die Attacke deutlich nicht. Verneicht euch vor mir, Jedi. Bereit uns an Poppen, seid ihr geschmückt nach Käse. Ich bin einfach schneller. Betrachtet das als Gnade. Wirf mal her. Teil mal jetzt dein Schwert, Bruder. Oh, oh, das... Ah, boah. Euer Können ist eine Beleidigung. Guck mal, schon wieder. Guck mal, schon wieder. Euer Können ist eine Beleidigung. Und das ist der Satz, der sagt, wenn er einen besiegt, aber der wird oft gecuttet vom Respawn-Bildschirm. Das ist so scheiße. Das ist so scheiße. Das ist bei jedem Boss so. Digga, das muss doch irgendjemandem aufgefallen sein. Also, guck mal. Ich finde, das sind Sachen. Hätte man drei Leute bezahlt, die das Game einmal durchspielen, dann hätte man das doch gemerkt, oder bin ich dumm? Ein Toter hört nicht. Ja, aber dann können sie auch gleich die Voiceline weglassen. Oh, fuck. Oh, cool. Eingesammelt schon. Ihr fürchtet euch. Ihr seid eine Flammarsche. Ich glaube, ich soll versuchen, den zweiten Blockpart von ihm mit normalen Attack-Sack zu machen, weil ich kann ihm viel mehr Damage geben. Alright, let's go. Okay, Phase 2, easy. Ich bin gespannt, was eine Phase 3 kann, die jetzt major crazy ist. Ah, das würde, denke ich, gehen. Aui. Okay, weird champ. Aua. Teil deine Schwerte, los. Du, der Pus. Hilf mir. Los, teils, los. Teil dein Schwert. Nice. Oh. Phase 3, Chad. Phase 3. Nice. Digga, ich war out of range. Bro, aus irgendeinem Grund dodge ich das nicht. Nice. Okay, let's go. Phase 3. Phase 3, Boat. Nice. Okay, let's go. Ihr werdet mich nicht aufhalten. Wie jämmerlich. Ticker, wie scheiße. Hahaha. Bro, what the fuck? Was? Junge, was geht jetzt ab? Ey, sag mir jetzt nicht, ich muss das komplette Game im Kopf überzocken. Ah, nee, okay. Ach, Digga, das wäre es ja gewesen. Holy shit. Was? Feueruntergang ist unvermeidbar. Okay, das ist easy. Holy shit. Er ist auf jeden Fall jetzt nochmal eine Nummer stärker. Bisschen Hilfe, Koppel. Oh mein Gott, das geht jetzt ab. Stopp. Holy Macaroni, Alter. Oh mein Gott, das macht auch eine Welle jetzt, okay. Du bist erledigt. Sterb einfach. Oh, 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 und parieren. Okay, reden wir nicht drüber, reden wir nicht drüber. Kämpft mit mir. atember. Ah, fuck, Mann, wie konnt ich das nicht dodgen? Bro, er Junge, oha! Holy shit. Okay, ist aber gut, da sehen wir alles in der Tatteneimer. Das ist echt schon nice. Oh, da verstehe ich mich nicht falsch. Die sind wirklich gar nicht. Nein, 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 stopp, stopp, okay, 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 aber no joke, Chad, ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, wir brauchen nicht viele Tries für den. 15 Minuten, 20 Minuten maximal, dann haben wir den. Real rap easy as fuck. Das Ding ist, ich kenne seine Mechanics halt schon aus Phase 1 und 2, weil wir schon mal gegen so einen, also wir haben schon mal gegen den gefeiert und da konnte der dasselbe. Komm, trennt los, trennt dein Schwert. Okay, nice. Okay, Phase 1 haben wir. Hey, Phase 2, äh, sorry, Phase 3 kommt ab 50% HP, oder? War das 50%? Ich meine ja. Ja, okay, okay. Ich weiß, dass ihr Schmerzen habt. Wie hat das Volk, ich glaube, ich gehe ja noch weg dann. Boah, kassiert die Sau. Auf die Knie vor mir. Denkt ihr, ihr könnt entkommen? Versucht ruhig zu entkommen. Ich habe getan, wofür der Ort ist zu schwachbar. Okay, Phase 3. Und deshalb hat sie mich verraten. Nee, noch nicht. Jämmerlich. Du kämpfst mit mir. Aua. Jetzt fassen wir halt. Alright, fassen wir halt. Jetzt fassen wir halt. Let's go, let's go, let's go, let's go. Okay, jetzt gehen wir alles in den Attacken. Oh mein Gott, Jungs, what the fuck. Bro, okay, krass. Das hat er irgendwie gerade nicht gemacht, dass er... Ich muss die schneller killen, oh man. Ich wusste nicht, dass er Attacken, wie er das macht, Bro. Oh, das ist ein Banner jetzt. Oh, das ist ein Banner jetzt. Ihr seid eine Blamage. Ich weiß. Ihr fürchtet euch. Du machst Fehler. Danke, Flicker. Sie haben keine Chance gegen dich. Wow, was geht das? Wow. Das hab ich noch nicht gesehen, das ist neu. Neue Animation. Ihr fürchtet euch. Oh mein Gott, mega. Ich glaub, ich will set den, oder? Oh, dann kommt der Spirit, Spirit Triance. Der hat vier Phasen. Ah, würde Sinn ergeben. Weil der hat halt immer bei allen 25% kommt was Neues. Ah, wir gucken mal. Wir gucken mal. Ja. Ihr werdet lernen, was es heißt zu leihen. Ich brauch Höfe. Ihr fürchtet euch. Stimmt. Sehr gruselig hier gerade. Oh mein Gott, lass mich in Ruhe fahrten Ja, der tries für den Arsch Der tries leider für den Arsch Okay, das kann ich nicht dodge mit Y, gut zu wissen doch Okay, okay, das ist nicht schlimm, der Tore ist zu gut für euch Brat ist am Poppen, der dick schmeckt nach Käse Noah, Clay und Soldier, dann sind die Zapps Kuss Und nein, ich werde nicht mehr Tode haben als Zapps, okay Okay, quicker Early Damage Digga, ich weiß nicht, warum ich mich neuerdings anstelle wie der letzte Versager hier Aber dein Schwert zu dodgen ist übel einfach Ey, zu parieren meine ich Ihr erbärmlicher Nahr Heil mich, schwach Blutet Ich weiß, dass ihr Schmerzen habt Woher? Phase 2 Oh mein Gott, oh mein Gott Ich bin so fucking Arsch Komm, trenne deine Schwerter jetzt, Kollege Oh mein Gott, oh Manchmal ist es irgendwie voll schwer, Dinge zu dodgen Mancher macht hier so ne random Kombo Und shit Der, you know Der sehr schwer ist dodgen Ja, ich hätte blocken wollen Aber der ist for real einfach Gib mir ein paar Tris, wir machen den vor 500 Vor 500 Toten Warte mal, der kei Wait, what the fuck Ist das ein Tendle? Dicke, ich krieg jetzt nicht pariert, Mann Kämpft mit mir Ich bin einfach stuck Ich hab grad gespielt wie der letzte Gooflock Du kannst mit RB auch Boat benutzen Äh Ich weiß nicht genau wie das funktioniert Du wirst es nie lernen Kämpft mit mir Irgendwie so ne RB und Euch fehlt wahre Macht Ihr seid eine Blamage Das hat meine Mama auch immer Hilfst du mir mal bitte? Ich weiß nicht warum Ich bin doch immer stunned oder so Ich kenn die Attacke die dodgen Nur noch ein letzter Eis Boah, ich überleg ob ich Reset Ja Äh, eigentlich war ein Tendle tot War ein Tendle tot Den Scheiß auf den Es tut echt weh Weh zu Zuzuschauen Hey, hey Klinski Music, Bro Wie viel Listener hast du auf Spotify? Fünf? Shut the fuck up All right Kurz trinken, dann geht's ab Mortenmann, danke für die 80 Viewer Kuss Vielen, vielen Dank mein Bro Jungs, ihr könnt wirklich alles reinschreiben Aber so Shit, der sich jetzt serious anfühlt Ich hasse den Wirklich Leute, die reinschreiben Oh mein Gott, kann man sich echt nicht geben Oder so Bro, oh mein Gott, dann gib's dir nicht Und halt deine Fresse Bro, holy shit You know Wenn man schreibt So bad Omegalo Das ist was anderes Das ist Humor You know Aber das eine ist cool verpackt Und das andere nicht Ah, warte geht's Kann man sich echt nicht geben Bro, shut the fuck up Jetzt wirst du gegen ihn Keiner tipp lässt dich nicht zu oft Vergrüße Obi Aaaaah Blutet Junge, alter, Bro gibt Vollgas Lässig Die Cutscene hat da halt gar keinen Sinn gemacht, aber okay So Alter, Obi hat donated Fucking Obi-Wan So, diesmal Paris jetzt wieder Oh mein Gott Oh mein Gott, ladies and gentlemen Oh mein Gott, ladies and gentlemen Ihr erbärmlicher Name Komm du es, trenne ein Schwert Los du es, trenne es Lass mich euch ein jämmerliches Ende bereiten Komm, trenn Los, trenn, trenn, trenn Bitte trenn Komm, trenn es Und trenn, wundervoll Oh mein Gott 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 Was zum Fick war das Sterben So, jetzt trennen Und jetzt trennen Euer Untergang ist unvermeidbar Komm, jetzt trennen Los, jetzt trennen Wundervoll Schwach Komm, noch ein zweites Mal Ich bin einfach schneller Du bist ein Haufen Scheiße, Blau Ihr fürchtet euch Oh mein Gott, Bruder Wenn ich da drehe ich in dem Kreis bin Ist over Ey, warum, ey Ich bin in den Heal reingelaufen Zum ungünstigsten Zeitpunkt Ich bin in den Heal reingelaufen, Bro Und hab danach erstmal dicken Damage genommen Geil, Bro Naja Okay Okay Trennen, los, trennen den Schwert Wundervoll Wundervoll Gehen Geht aber noch Geht aber noch Geht aber noch Ich darf nur einfach keinen Schaden nehmen Dann ist es easy So, alright Dann machen wir mal die dritte, Freunde Wir resetten mal kurz mental Kämpft mit mir So Dicke, er chillt Aber auch nicht mit den Tausender Tappen Wer neigt euch vor mir, Jedi Jetzt mal da oben Ja, okay Ah, okay Okay Ich hoffe, du hast jetzt nicht so geholfen Ich hoffe, du hast jetzt nicht so geholfen Okay Und zweiter Stelule, ey Was das? Nö, ich hab noch mehr auf dem Lager Das ist richtig, ich fass bei der Story mich auch nicht auf Aber um dich fertig zu machen, reicht's trotzdem Kämpft mit mir Ich muss hier raus, ich muss hier raus Mental reset Kontext Schwach Oh Ich bin einfach überlegen Oh mein Gott Oh mein Gott, bitte, bitte, bitte Oh die, oh die, oh die Oh mein Gott Okay, komm, ich will jetzt die nächste Phase sehen Oh fuck Holy shit, ich hab's gedodged Let's go, ich hab im richtigen Zeitpunkt gedasht Easy Kannst halt deine Schwerter, Lil Bro Oh ne, das sind die schlimmsten Okay, nevermind, nevermind Nevermind Ich muss einfach dieses Mach-Ding, muss ich lassen am Anfang Dann machte ich dieses super easy Nice Oh, 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 oh Digga, Dodge Meister 5000 Oder wenn ich eine Sache aus World of Warcraft gelernt hab, dann das Hu, nice Nein Oh nein, 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 nein Warum kommt der Pari noch nicht Komm, wir wollen nicht wieder die Phase sehen Oh ne Du bist erledigt Ich könnte euch vernichten Und die Galaxis würde es nicht einmal bemerken Und die Galaxis würde es nicht einmal bemerken Und die Galaxis würde es nicht einmal bemerken Nein, oh mein Gott, gib mir doch nicht Ein geldenhafter Versuch Gib mir doch wenigstens die vierte Phase, dass ich sehe, was passiert Was passiert Ach, Mann Okay, aber das kriegen wir hin Das kriegen wir hin Warum habe ich French Toast im Haar Bro, das Game ist für Toddler, Bruder Ja, hast recht Ey, flieh, Bruder Dickes Pop bei den Chatnions für den Mann Kuss, kuss, kuss Jämmerlich Ihr fürchtet euch Ja Wenn ich hier drin bin Dann ist es wirklich schwer, dieses Ding zu passieren Aber das ist der ultimative Cheat Code hier Ah, guter Tipp, danke Ihr werdet unter mir Ihr erbärmlicher Nahr Okay, Phase 2 Also Phase 1 ist wirklich ein No-Brainer Da sollte ich eigentlich gucken, dass ich echt kein Leben verliere Alles andere ist oben mega peinlich Ihr fürchtet euch Zeit für euren Untergang Hilfe Digger, was ein Sidestep League of Legends oder was? Holy Shit Seid's dem Legende, Mann Oh Gott Ich habe getan, wofür der Orden zu schwach war Und deshalb hat sie mich verraten Schimmerlich Wundervoll Und Phase 3, let's go Alright Huah, Freunde, come on Ist das immer noch der Kampf von vor 3 Stunden? Ja Joa, das ist ein neuer Boss Fuck, der sieht auch ganz anders aus Bro, irgendwie manchmal sind die so One-Shot Und manchmal sind die so inzing schwer Guck mal, da One-Shot Und dann wieder überschwer Ohhhh, Up-Move Ohhhh, Up-Move Kämpft mit mir Nein Ich bin einfach schneller Ihr seid eine Blatt-Marsche Oh, Holy Shit For real, wirklich Manchmal sind die so schwer Aber ich habe es gut gemeint, dabei Geld Versucht ruhig zu entkommen Jämmerlich Komm auch noch eine normale Attacke Euer Untergang ist unvermeidbar Ich könnte euch vernichten Und die Galaxis würde es nicht einmal bemerken Treff an, Pussy Wir machen das auf Safe Wir machen das auf Safe Keine Zeit für Zähler War's das? Ihr erbärmlicher Nah Gerade ist am Pocken Der liegt schon nach Käse Jämmerlich Oh mein Gott, ich hätte den attacken können Nein! Was? 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 Oh mein Gott Ich werde euch zu Staub zermalmen Oh nein! Oh, das ist nicht cool Oh, das ist echt wie manchmal das Schwerste Oh mein Gott, nein! Okay, okay Ich bin mit denen hier ab Ja! Komm, greif an, bitte Oh, ich bin Maximum Stuck Okay Ihr fürchtet euch Ihr seid eine Blatt-Marke Ein heldenhafter Versuch Ein heldenhafter Versuch Digger Das ist zum zweiten Mal passiert heute Das hätte nicht passieren dürfen What the fuck Bro, ich habe so gepanigt am Ende, Junge Heilige Scheiße Oh Gott Painful Oh mein Gott Ey, so was killt so die Motivation Checkt ihr das? Oh mein Gott, Bro Ey, Junge Das ist witzig an, das hätte ich eigentlich schon gehabt Kämpf mit mir Oh fuck, okay Schieße ich mir in den Sack Nice Okay, Phase 1 haben wir, let's go Jetzt Phase 2 Chat Okay, aber es ist das gute Ich meine, Re-Rap, die gute Nachricht Es ist keine Phase 4 Chat Das haben wir noch gar nicht gesagt Es gibt nur 3 Phasen Du machst Fehler Jawohl Ja Ihr erbärmlicher Nahr Ey, lange geworden Ding ist vorbei in den Chat Und auch gleich für die 3 Das ist geil Betrachtet das als Gnade Euer Untergang ist unvermeidbar Bruder, dass deine Mutter in der Rutsche stecken bleibt, ist unvermeidbar Jetzt nimmt man nicht rum Von mir erwartet euch nur der Tod Von der Ecke kam straight auf uns 2012 Holy shit War banger aber Ging so Wichtiger Fresh Torgesprungen Wichtiger Fresh Torge einfach Was das? Gleif mich an Pussy, Bitch Verneigt euch vor mir Jedi Kämpft mit mir Das wird we tun Fass mich an Vater Oh Gott So habe ich es eigentlich nicht gemeint Du bist ein bisschen Du bist ein bisschen Du bist ein bisschen Der hat sterben Ist das der Endboss? Ne, ich glaube nicht Aber, maybe kommt er nochmal wieder Und ist dann der Endboss Oh mein Gott, so viel Leben verloren Okay, Reset, Reset, Reset Reset Oh mein Gott, er hat meine Mutter gefickt hin Nein, oh mein Gott, ich hab keinen Bock mehr Ey, ich finde das gerade Pain, also wirklich meine Motivation ist Weniger am Start Als bei dem anderen Boss Wo wir länger saßen Weil dieses 1% Ding Filtet mich ins Unendliche gerade Checkt ihr? Junge Push dich Push dich, ja ja, wir holen das Aber trotzdem Trotzdem insane Witter Oh, das konnte ich Das war 0 Damage Ey, wirklich, ich weiß nicht, ob ich jemals in diesem Spiel parieren ordentlich lernen werde Ich parier wie so ein Nuttenbringer Ey, ich sag ehrlich Auch an die Leute, die das Game nicht gespielt haben Sag aber wirklich ehrlich ehrlich Wenn ihr das hättet, das Game Würdet ihr es auf schwerster Schwierigkeit schon gespielen? Weil ich hab dann überlegt, würde ich es tun Wenn ich nicht streamen würde Ich weiß nicht, warum sein Knock nicht kam, Bro Megakomisch Nein, wäre zu leicht Sorry, Mann War ein übelst cooler Spruch, Digga Merkt ihr den auf jeden Fall, der kommt richtig hart Digga Digga Boat hat erstmal kurz nen Hit abbekommen auf Lässig Aui Oh mein Gott, Bro, warum denn jetzt, Digga? Ey, Bro, ich hatte legit kein Derbis auf Oh mein Gott Ey, Bro, das hat so geimpft, Digga Er knockt ihn, wenn ich am Boden lieg Wie war das mit First 3? Okay, aber seid ehrlich, Bro, bei dem Boss Da bin ich ja wirklich so viel besser gerade als bei dem davor What the fuck Aber der ist doch einfach No-Brenner hier Nur eine Frage der Zeit Oh 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 Digga Ich schwör, es pack mal herum Als ob dieses eine Prozent Blocken nicht wegging durch meine vier Hits, die ich ihm gegeben habe Okay, wir zocken das jetzt chillig runter Ich bin Ich zock really as fuck Weil ich Till as fuck bin Wegen diesem Eintrial Wir zocken das jetzt auf Smooth runter hier Ich will ihn jetzt hier nicht so durch. Dauert jetzt zwar eine halbe Stunde oder so, aber... Oh mein Gott, wo kommt der her? What the fuck? Ich hab's gar nicht gesehen. Okay. Der isst gleich das Maik auf. Bro, shut up. Digga, wirklich, also... Wenn ihr mir noch dreimal seid, dass ich eine Blamage bin, Bro, also dann... Dann wird's langsam persönlich. Chill mal. Ja, natürlich lass ich nach, Digga. Ich hätt' dich schon fast einmal down, du kleiner Engel. Oh, Digga, wirklich, ey. Wenn man da so stuck in der Ecke gefickt wird... Kämpft mit mir! Sie werden nicht wissen, was ihr wisst! Auf die Knie vor mir! Was?! 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 Hierher, Kumpel! Ich habe getan, wofür der Orden zu schwach war! Und deshalb hat sie mich verraten! Sogar Rigg der Türgruf spielt besser! Sogar Rigg der Türgruf spielt besser! Bruder! Bruder! Lass mal Rigg in Ruhe, Junge! Was hat er getan? Digga, Rigg, beste Mann! For real! Okay, Che, wir sind in der... Wir sind in der dritten! Let's go! Oh mein Gott, lass mich raus! Lass mich raus! Hey, Mann! Boah, der Damage ist so verreist! Hab ich das... Che, hab ich dieses Ding schon eingesammelt? Oder sehe ich es einfach noch nicht? Oh mein Gott, Bro! Holy Shit! Oh mein Gott, wirklich diese Geister, Bro! Ich weiß nicht, ob ich mich mit denen so anstelle. So schwer sind die doch gar nicht, oder? Verneigt euch vor mir, Jedi! Was?! 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 Was soll ich machen, Junge?! Ich lag auf dem Boden, Alter! Ah, Bruder! Lug mich klauen! Oh mein Gott, Bruder! Ey, wirklich! Meine Fresse, Cheat! Das ist doch painful! Lass uns, Bruder! Lass uns, Mann! Bruder! Du bist brandgefährlich! Ich hoffe, dass wir immer am Ende des zweiten Abend auch noch abschneiden! Ich krieg es nicht pariert, Mann! lasse... Äh... Will das noch ist martial, wohl? Tue? Die? Wir versuchen... Geschichte zu Hause! Und ich kann derackere, Dieser gröber... Uw Ihr seid eine Blamage Bruder, ich mach manchmal wirklich Dieses Y macht es einfach nicht Als hätte er einfach gesagt, Bruder, nee, jetzt nicht Ich fick dich So, Bowkick, wieder einen Schlag ab Hat er auch verdient Digga, Bowchook gerade die ganze Zeit Der wirft ihn irgendwie immer so komisch hin Dann ist seine Blockanzeige wieder voll Das ist übelst nervig Wer soll das mal lasten? Digga, wieder, ich schwirre Der macht das Y nicht Komm, trenne es los Ich spiele es jetzt auf safe runter Ich weiß, dass ihr Schmerzen habt Digga, ich krieg es nicht pariert Manchmal zweifle ich an mir selber Das war wirklich Euer Untergang ist unvermeidbar Ihr seid eine Blasmage Boah, das war unnötiger Schaden hier Ey, ich sollte das hier auf safe spielen, oder? Ich warte einfach bis hier Ich warte Digga, nee Nee, 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 nee Digga, ich war oben in der Luft Ich war da geändert Die Raffe Ja, danke, danke Was das? Ja Ich habe getan, wofür der Orden zu schwach war Ich bin schon vor weit über einer Stunde essen gegangen Da hat er gesagt Fünf Versuche Nein, 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 nein Das ist okay Wir sind seit 17.01 Uhr Das ist oder so hier Ich habe nur noch ein letzter Akt Das hier war immer Wunscher, Mike Bro, wirklich diese Geister am Ende Fick mein Arschloch Oh Gott Wo ist mein hier? Habe ich mein hier eingesammelt? Hey, Kevin, ich bin jetzt in einer Cave mit 15.000 Monstern Bitte sterb nicht so oft Ich will nicht sterben Flash, Kevin, von was redest du gerade, Bro? 15 bis 20 Minuten, dann habe ich es Naja Also technisch gesehen, Shell hatte ich es ja schon Ich habe aber irgendwie es nicht hinbekommen Links und Y zu drücken Um ihn einfach abzuschuppen mit einem Blaster Das war mir dann doch zu schwer Einfach Ihr erwärmlicher Nerd Und ich finde, der Boss hat auch einfach das guten Design und so You know Ich finde, er hat es verdient, um zu ihm nochmal spielen Ich bin einfach überlegen Ihr fürchtet euch Zeit für euren Untergang Hier stinkt noch ekelhaft im Schweiß Was? 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 Hier, komm fest Ihr haltet mich nicht auf Mann, Bruder Ich parier es doch Alter Boah, wir nehmen so viel Schaden Der hat wirklich nichts Ich kann nicht sehen Euer Untergang ist unvermeidbar Komm, trenn es los Los, trenn den Schwert, Pussy, Essage Kämpft mit mir Ich krieg es nicht pariert, Mann Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott What the fuck, Alter Er ist so leicht Ich brauch so lange Ich habe mir getan, wofür der Orden zu schwach war Und deshalb hat sie mich verraten Werde Zeuge wahrer Stärke Ich bin der Zeuge von meinem Schwanz halt im Maul Ihr erbärmlicher Nerd Ich krieg es nicht pariert Ich bin so scheiße Okay So, jetzt aber, Chat Jetzt aber Jetzt aber Ich weiß nichts über die Macht Ihr erbärmlicher Nerd Vertrachtet das als genannt Ihr werdet durch meine Hand sterben Nein, oh mein Gott Ach Oh, zu gering Zu gering Zu gering Wir machen das Kämpft mit mir Ich bin der Oh mein Gott Ich bin der Ich bin der Ich bin der Ich bin der Ach, nö. Ey, Jungs, ich hab so kein Bock auf euch. Oh mein Gott. War ein bisschen, oh mein Gott. Oh, ich hab so hart reingefettfingert. Nee, das gibt's nicht. Ich nehm den hier und nehm Damage, Läga. Ist ein Joke. Ey, das ist, oh mein Gott, I'm over. Euer Untergang ist unvermeidbar. Nehmt mal das Doppeldorf. Ihr seid eine Blastmarge. Was wird mir bei den Gästen treffen, ist das Spiel am besten zu mir. Sie werden einfach überlegen. Nein, 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 nein. Danke, Bro. Ich will nichts erinnern an dem Style, wie wir das zocken. Okay, Digga, dieses Noto, dieses Einzellaser-Shirt macht so viel mehr Schaden, das ist insane. Verneicht euch vor mir, Jedi. Ich werde euch in Stücke reißen. Euer Untergang ist unvermeidbar. Ich habe mir gedacht, wo der Mord zu schwach war. Und deshalb hat sie mich verraten. Oh nein, oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin nicht erinnern. Okay, aber erstes Stim ist fein. Komm, trenn dein Ding jetzt, los. Wundervoll, wundervoll runtergezogen, krass. Fick, habe ich den ersten gedocht, holy shit. Vielleicht solltest du noch mal ein neues Spiel ankommen, der wird dir beigebracht. Vier Mann verletzt ihn ausreichend. Komm, trenn deine Schwäder, Bro. Verneigt euch vor mir, Jedi. Ihr erdwärmlicher Nahr. Das wird wehtun. Ich bin gegangen, fünf Tode nach Bezittlungs brauchen nur 5.30. Jetzt komme ich vom Fressen zurück. Und du bist immer noch dabei? Komm, Bruder, komm, Bruder, zieh. Das war wichtig, das ist der schwerste Part. Zeit für euren Unterkampf. Sterbt! Ich könnte euch vernichten und die Galaxis würde es nicht einmal bemerken. Alter, der misst einst im Minus, holy shit. Boah, ich könnte in dieses Hier-Ding gehen. Dann kriege ich Blast-Armonie wieder. Da muss irgendwas sein. Okay, jetzt bin ich Ulti. Okay, jetzt sollten wir es eigentlich haben. Ich glaube, wir haben es. Oh mein fucking Gott. Oh mein fucking Gott, Chad. Let's go. Oh mein Gott, I was here. Bro, der Blaster ist so stark. Der Blaster ist so broken, holy shit. Oh mein Gott, let's go. Widersetzt euch nicht. Ihr könnt euch nicht vor mir verstecken. Bruder, den Hit auf der Brust haben sie einfach aufgemalt. Auf die Jacke. Der hört auf, wo die Jacke aufhört. Digga, was? Oh shit, meine Hardin ist voll. Oh shit, Bo lebt noch, Chad. Und BD lebt auch noch. Die Fähren starten. Ich werde nicht zurückkehren. Ihr seid verloren. Ihr seid vom Weg abgekommen. Und ihr seid kein Jedi. Bruder. Wir haben ihn den Jedi-Status abgenommen. Wie haben wir das abgenommen? Aberkoren. Sagt man das so? Digga, no joke. Ist jetzt so satisfying, wenn wir ihm noch den anderen Arm abschneiden. Real Rap. Schneid ihm den anderen Arm noch ab. Los. Aberkannt. Ja, das ist das Wort. Oh mein Gott, ich hab'n Ständer. Sag mir, dass das echt ist. Let's go, Chad. Oh mein Gott, Bro. Das hätte schon so viel früher vorbei sein müssen. What the fuck? Was ist passiert? Eine Art Machthalluzination. Angetrieben durch Angst. Ich hab' sie ihm gespiegelt. Ey, Chad, wir müssen wirklich immer mit dem Blaster falten. Immer der Blaster. Der Blaster ist der Way to go. Der Damage von dem Schwert ist so viel krasser und der Blaster ist so useful. Noch in einem Stück. BD? Null. Sind das gute Neuigkeiten? Oh, das ist der Kompass jetzt. Ich hab's ja gar nicht gecheckt, Junge. Das ist der dritte Kompass, den wir brauchten. Und der, vielleicht funktioniert der noch. Räuch ich mich oder hat der Kevin die ganze Zeit verwirrt, der Nahe genannt? Krass, wie realitätsgetreu dieses Game ist. Er ist angepasst auf die Person, die spielt. Die Beleidigungen sind angepasst. Verbündete sammeln. Trainieren. Damit werden sie nicht rechnen. Da die Mission jetzt zu Ende ist, kann die ja endlich Orge beschwören gehen, Befehlern. Oh, das ist Okto. Und jetzt Okto meine Eier. Der nächste Boss nennt sich Goof, Lord. Boah, ich dachte, der Tag wird heute voll öde, weil Kevin nur am Sterben ist. Aber gerade kam der Boyfriend von meiner Frau und hat mir 20er Nuggets von McDonald's mitgebracht. Und die beiden gehen gleich Kino. Also wartet mal, wer heute Sturmfreiheit. Kacka, man, Bro. Digga, Donations sind so OP, ne? Du hast mir den Hals geraten. Es ist Content und ich mach Geld dadurch. Check dir das. Und dadurch, dass es Content ist, donaten noch mehr Leute, Bro. Das ist Money Machine Shit. Oh mein Gott. Chat, wir haben es. Oh mein Gott. Untertitelung des ZDF, 2020